Hallo liebe Leute, ich begrüße euch zur 22. Vorlesung NANO im Wintersemester 2021-2022. Und wir sind schon ein ganzes Stück nach der Weihnachtspause und tief im Stoff drin. Ich folge ja so ein bisschen diesem Inhaltsverzeichnis von diesem Sachbuch oder populärwissenschaftlichen Buch NANO aus dem Jahr 2013. Und da sind wir jetzt im Kapitel Werkzeuge. Aber in dem Kapitel Gesetze hatte ich eben schon eine ganze Menge Werkzeuge besprochen und auch schon ziemlich viel über Nanopartikel geredet. Das heißt eigentlich das Kapitel 5 und 6 haben wir teilweise schon behandelt, denn es ist ja gar nicht mehr so viel Zeit. Ich muss es glaube ich mal einen Zahn zulegen. Ja, was machen wir? Also hier ist meine Inhaltsangabe vom letzten Mal Elektronenspektroskopie, Synchrotrons, freie Elektronenlaser und Mikroskope. Das sind alles eben tatsächlich Werkzeuge und heute geht es insbesondere dann weiter mit den Mikroskopen. Die hatte ich das letzte Mal nur ganz am Ende so eingeführt. Und da gibt es ja optische Mikroskope, die haben eben nicht diese super duper Auflösung, weil die Wellenlänge des Lichtes begrenzt die Auflösung. Die Wellenlänge des Lichtes liegt zwischen 400 und 800 Nanometer und um Objekte mit einem Nanometer Durchmesser anzuschauen, da ist das einfach zu grob. Ja, als hätte man dicke Handschuhe an, um so eine Schweizer Uhr zu zerlegen. Da braucht man Elektronenmikroskope und über die spreche ich heute dann auch. Und die Elektronen, die haben eben eine viel kürzere De Broglie-Wellenlänge und im Prinzip ein viel höheres Auflösungsvermögen. Eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Und zwar möchte ich mich zunächst nochmal für die vielen Unterstützer bedanken, die Geld überwiesen haben, damit ich meine Angestellten für meinen YouTube-Kanal weiter betreiben kann. Ich habe ja zwei Leute, die mir bei der Videoproduktion und beim Hochladen auf YouTube helfen. Und da war ich ein bisschen in Sorge jetzt nach der Pandemie, wie ich das weiter finanzieren soll. Denn das hat vorher hat mir die Uni da geholfen, aber jetzt ist die Pandemie zu Ende. Vorlesungen sind wieder live, aber ich würde eben trotzdem gerne diese Vorlesungen und auch viele andere Beiträge weiter auf YouTube publizieren. Und ich denke, das finden einige Leute ganz gut, offensichtlich, denn es funktioniert ein bisschen mit diesem Crowdfunding. Also vielen Dank an alle, die mir geholfen haben. Und wenn Leute spezielle Wünsche haben, können sie mir das gerne schreiben. Ja, vielen Dank also. Ja, und das Zweite, ganz kurz in dieser Werbeunterbrechung ist, wir machen ein Symposium am 13. und 14. Mai 2022 in Konstanz im Festsaal des Steigenberger Hotels. Und zwar geht es um Energie, Klima, Ökonomie und Bevölkerung. Das ist also im weitesten Sinne eine Klimakonferenz, aber diesmal wirklich nur mit Wissenschaftlern. Ohne Ideologie auf der Basis der westlichen Werte wollen wir das versuchen unter Erhalt unserer normalen Lebensbedingungen, Demokratie. Und die Wissenschaftler aus den verschiedensten Bereichen, also Politologen, Klimatologen natürlich, Energieexperten und Wirtschaftsexperten, wie zum Beispiel Hans-Werner Sinn, sind angehalten, in möglichst einfachen Leuten den Bürgern die Komplexität des Problems zu erklären. Und ich denke gerade jetzt in der Ukraine-Krise haben wir gesehen, dass es mit dem Klimaschutz dann doch nicht so gut bestellt ist, in dem Augenblick wo eine Krise auftritt und auf einmal geht es dann um Energie, um Energieversorgung, Versorgungssicherheit. Plötzlich tauchen andere Probleme auf und das Klima rutscht nach hinten. Und genau diese Komplexität, die wollen wir da in Konstanz behandeln. Und zwar eigentlich relaxed in einem festlichen Rahmen und in einem sachlichen Rahmen. Das sind die Redner hier in der Mitte, in der wir Hans-Werner Sinn, einer der prominentesten Redner vielleicht. Aber wir haben auch Dirk Leufen von der Universität Konstanz, der über die Stabilität der Demokratie reden wird. Also inwieweit ist die Demokratie überhaupt geeignet, Großkrisen zu bewältigen? Ich denke auf jeden Fall schon, natürlich, aber es wird inzwischen in Frage gestellt. Und dann haben wir eben zwei Klimaforscher hier, Thomas Peter und Ulrike Lohmann, die uns zunächst mal in die Hauptproblematik, also der Anlass des Meetings ist natürlich der Klimaschutz, der jetzt aber in der Ukraine-Krise ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist. Ja, so ist es. Und der Eintritt ist frei. Es gibt auch freie Getränke. Also jeder ist willkommen, aber man muss sich über die Homepage anmelden. Und ich denke, es sollte mal einen Ball tun, denn es könnte sein, dass es ziemlich voll wird. Es gibt auch eben einen konkreten Bezug zur Ukraine-Krise. Und jetzt geht es weiter mit meinem normalen Video. Ja, hier also mal eine Übersicht über die Werkzeuge und ein paar Sachen hier. Spektroskopie habe ich schon durchgesprochen, ein paar Sachen, Elektronenspektroskopie. Heute eben Mikroskope. Und wir fangen mal mit den optischen Mikroskopen an. Also das Einfachste wäre ja eine Lupe. Ja, kennt man. Und dann eben diese Mikroskope, die irgendwo auf dem Tisch stehen mit zwei so Dingern, wo man reinguckt. Und dann kann man auf so einem Objektträger irgendwelche, zum Beispiel so Bakterien in so einem Wassertropfen beobachten. Hier gibt es so eine Übersicht über die Größen, um die es geht. Das ist übrigens alles aus diesem Buch hier, aus diesem Sachbuch. Nano, alles Nano oder was. Da habe ich das Bildchen hier mal rausgenommen. Das hatte ich damals selber angefertigt. Also hier haben wir die Größenskala und das ist logarithmisch. Das geht also bei 100 Millimetern los, das ist 10 Zentimeter. Dann haben wir 10 Millimeter, das ist 1 Zentimeter. Dann haben wir 1 Millimeter, das kann ich jetzt gar nicht mehr richtig darstellen. Und dann haben wir 100 Mikrometer, 1 Mikrometer und dann nochmal ein Faktor 1000. Dann sind wir bei einem Nanometer. Und das untere Ende ist die Größe der Atome. Die sind ungefähr 0,3 Nanometer im Durchmesser. Das heißt so bei 0,1 Nanometer Auflösung, da wäre man dann schon genauer als ein Atom. Und das ist jetzt für unsere Welt. Also wenn wir nur die normale Materie untersuchen wollen, kleiner als ein Atom, müssen wir nicht sein. Also wenn wir Atome sehen, ist gut, das reicht in Auflösung. Wenn wir dann allerdings die Bestandteile von Atomen anschauen wollen, also Atomkern, der ist nochmal 10.000 Mal kleiner, da brauchen wir dann nochmal ein bisschen mehr Power, um noch kleinere Strukturen zu analysieren. Das geht dann nicht mehr, jedenfalls nach heutigem Verständnis, nicht mehr mit abbildenden Methoden, sondern mit Streutechniken. Das sind dann die großen Beschleuniger. Das ist aber ein anderes Prinzip. Also wir wollen jetzt bildgebende Verfahren haben, und zwar direkte Abbildung, das sind Mikroskope. Und da haben wir erstmal unser Auge. Und mit dem Auge war die Fertigungsgenauigkeit, also wie genau man so irgendwas machen kann, die war immer auf einen Zehntel Millimeter beschränkt, weil genauer konnte man gar nicht gucken. Ja, man muss ja, wenn man was fertigen will, mal wegen so einer Zahnart für so eine Armbanduhr, dann muss man ja sehr genau feilen. Also erstmal braucht man dann sehr feine Pfeile, also das richtige Werkzeug. Man muss dann aber auch gucken, ob man richtig gefeilt hat. Also braucht man was zur Überprüfung, was die Feinheit der Strukturen überhaupt sichtbar macht. Das heißt, hier geht das Werkzeug zur Materialbearbeitung, zur Formgebung einher, damit, dass man die Form überhaupt überprüfen kann mit irgendwas. Und das muss eben beides gleichzeitig höher entwickelt werden. Also Elektronenstrahllithographie ermöglicht es, 10 Nanometer breite Linien auf dem Substrat zu ziehen. Aber dann brauche ich auch ein Elektronenmikroskop, um die überhaupt zu sehen, die Linie, weil die eben sehr viel feiner ist als die Wellenlänge des Lichtes. Ja, mit dem Auge können wir also typischerweise nicht genauer gucken als ein Zehntel Millimeter, 0,1 Millimeter und da ist er im Feierabend. Ja, das ist das Auge, also selber gucken. Und dann haben wir das Lichtmikroskop, was durch die verwendeten Wellenlängen etwa in den Bereich, also heute geht es noch ein bisschen weiter, es gibt noch bessere Lichtmikroskope, aber an und für sich ist es begrenzt durch die Beugungseffekte des sichtbaren Lichtes und das sind eben 200, also 400 bis 800 Nanometer. Ja, da ist das hier irgendwo, da ist eben 200 oder 400 Nanometer, da ist Schluss. Dann gibt es das Elektronenmikroskop, das hat einen ganz weiten Bereich, man kann Elektronenmikroskope, die kosten gar nicht mehr so viel. Also das kostet ja sowieso alles ganz viel, diese physikalische Ausrüstungsgegenstände und unter 50.000 oder so kann man da gar nicht anfangen. Aber wenn ein Elektronenmikroskop mal einfach ist, das kriegt man vielleicht gebraucht, dann eben genau für 50.000 oder so was, da kann man dann schon ziemlich weit reinzoomen. Das hat einen Riesenbereich, man kann, also da gibt es so einen großen Regler, kann man aufdrehen, Vergrößerung, super. Dann zoomt man rein in immer kleinere Strukturen und es geht dann eben, und dann geht gleichzeitig der Preis der Elektronenmikroskope nach oben. Je weiter wir hier nach links gehen, umso teurer werden die Bies, da bis eine Million oder so, oder sogar zwei Millionen, dann musst du ja über eine Million ausgeben für das Gerät selber, ist dann fünf Meter groß und Vibrationsgedämpfung, was nicht alles, muss aber auch in einen speziellen Raum klimatisiert, weil jede thermische Bewegung, wenn das nicht überall gleich temperiert ist, und wir haben ja thermische Ausdehnung und wenn da irgendwas wärmer wird oder sich abkühlt, dann bewegt sich das Mikroskop und wenn das eine Auflösung hat im Bereich von einem Nanometer, dann ist das so, als würde das Bild verwackeln, das rauscht einfach quer durch die Abbildungsebene durch, durch die thermische Ausdehnung. Das heißt, alle Teile dieses Mikroskops müssen vibrationsgedämpft sein und auch thermisch stabil sein, das heißt, man braucht eine sehr gute Klimaanlage, wenn man da so ein hoch auf höchst auflösendes Elektronenmikroskop aufstellt. Also dann geht es aber runter bis unter einen Nanometer, da kann ich Atome mit angucken, aber nicht mit diesen billigen Elektronenmikroskopen, also billig heißt es 50.000 bis 100.000, da bin ich dann eher hier, da kann ich so bis 100 Nanometer gucken und das sind so ein bisschen verschiedene Typen von Elektronenmikroskopen. Ja und dann gibt es die Rastertunnelmikroskope oder der allgemeine Überbegriff ist eigentlich Rastersonnenmikroskope, die tasten mit einer feinen Spitze die Oberfläche ab und man kann also so Unebenheiten sehen, indem die Spitze dann also zurückzuckt, weil da ein Hupsel ist, das ist also eine Topografie der Oberfläche und das nicht beugungsbegrenzt. Da kann ich beliebig genau werden, da kann ich sogar reinzoomen, ja nicht gerade in Elektronenorbitalen, aber ich sehe dann schon die Strukturen von einzelnen Atomen, die sehen so aus wie so eine Beule, was man sich bei so einem Atom eben vorstellt. Das sind Rastertunnelmikroskope, Rastersonnenmikroskope, also es gibt drei verschiedene Arten, also zwei Hauptarten von Rastersonnenmikroskopen, eine läuft über den Tunneleffekt, das hatte ich schon mal erklärt, die laufen also mit Strom von der Spitze ins Substrat, geht aber nur für leitfähige Substrate, also ich kann da nur leitfähige Sachen untersuchen und dann die Rasterkraftmikroskope, die merken, dass die Spitze einen Widerstand spürt und es wird über irgendein Tastsystem abgefragt und da kann ich auch neutrale oder nicht leitende Proben untersuchen, das sind die beiden Typen. Alle beide schaffen es auf einer Auflösung besser als die Auflösung eines einzelnen Atoms und damit, das werde ich dann heute auch zeigen, kann ich tatsächlich Moleküle mir anschauen. Wenn so ein Molekül, meinetwegen so ein Kohlenwasserstoff mit so Sechserringen, der so auf einer Oberfläche liegt, die muss natürlich beliebig glatt sein, dann sehe ich tatsächlich diese Sechserringe. Also das hat schon was. Das sind diese ultraauflösenden, sowohl diese Rasterkraft- oder Rastertunnelmikroskope, also mit der Spitze abtasten, oder eben die höchstauflösenden Elektronenmikroskope, atomare Auflösung, aber die sind eben sehr teuer, währenddessen diese Rastertunnelmikroskope und Rasterkraft, also mit dem Abtasten-Mikroskope, die kosten sehr viel weniger, bloß 150.000 oder so, also jedenfalls einigermaßen erschwinglich. Man kann natürlich wie bei Autos eben auch nach oben offen immer mehr Geld ausgeben, aber man kriegt schon was Vernünftiges für ein bisschen über 100.000. Ja, naja gut, also das sind diese Mikroskope, die höchstauflösenden Elektronenmikroskope, glaube ich, sind mit die teuersten Bieste, aber sehr imposante Bilder kann man da bekommen. Also und hier kann man das angucken, also wenn wir so im Bereich um einige Mikrometer sind, können wir uns immerhin eine Zelle angucken, aber wenn man die in der Reihen der Zelle, und da ist ja jede Menge los, da gibt es diese Proteine, wenn wir das anschauen wollen, dann müssen wir schon deutlich unter 100 Nanometer gehen, da können wir auch mal ein Virus anschauen, und wenn wir Atome angucken wollen, dann eben ein Nanometer oder besser, besser, also eine bessere Auflösung. Das Prinzip ist relativ einfach, das lernt man, glaube ich, schon in der Schule. Das wäre jetzt eine Lupe, aber ohne die Wirkung des Auges, also ein reales Bild. Ich habe also hier ein Objekt ziemlich dicht an einer Sammellinse, das ist also eine Konvexlinse oder in dem Fall Plankonvex, und dann habe ich ein reales Bild hier, einen bestimmten Abstand, und je geringer der Objektabstand, also je Objektweite ist, umso größer wird das Bild. Da gibt es dann solche Gesetze, so Abbildungsgesetze, die lernt man aber, glaube ich, schon in der Schule. Aber das ist das Prinzip bei optischen Mikroskopen. Und bei Elektronenmikroskopen ist es eigentlich genauso, nur, dass ich da Elektronenstrahlen statt der Lichtstrahlen habe, und die Linse ist eine magnetische Linse. Das erzähle ich dann aber noch ein bisschen näher. Ja, und sobald wir über solche Abbildungen, also Vergrößerungen mit irgendwelchen Linsen reden, dann müssen wir über Linsenfehler reden. Denn Linsenfehler, die lassen das Bild dann verschwimmen. Und die absolute Grenze ist das Beugungslimit, das müssen wir dann noch näher besprechen. Das hat was mit der Größe dieser Linse zu tun. Aber nehmen wir mal an, wir hätten eine unendlich große oder sehr große Linse, so wie hier gezeigt, dann gibt es trotzdem Fehler. Und zwar zum Beispiel, nur ein Beispiel, also über Linsenfehler kann man eine ganze Vorlesung halten, da gibt es die sphärische Aberration. Und zwar, wenn meine Linse eine sphärische Oberfläche hat und nicht eine parabolische. Und parabolisch ist viel schwieriger zu schleifen, und deswegen sind die meisten Linsen einfach sphärisch, also eine Kugeloberfläche. Das kann man schön polieren, das geht sogar von selber, dass sich da eine Kugeloberfläche ausbildet. Und die Rückseite ist dann eben plan. Und die hat einen Fehler, weil nämlich bei einer dieser, hier geht so ein Sinus ein, und nur bei kleinen Winkeln haben wir einen vernünftigen Fokus. Das heißt, nur für Strahlen nahe der optischen Achse, also hier in der Mitte, gibt es tatsächlich einen Fokus an einem Punkt. Wenn die Strahlen von weiter weg von der optischen Achse gebrochen werden, dann gibt es bei einer sphärischen Linse eine zu starke Brechung. Weil die Oberfläche ist einfach nicht richtig. Das muss eine parabolische Oberfläche sein und keine sphärische. Aber trotzdem hat man immer sphärische Linsen. Und die werden stärker gebrochen. Das heißt, der Fokus für die Randstrahlen liegt näher. Der ist kürzer, die Brennweite, als für die Mittelstrahlen. So, und das bedeutet, wenn ich jetzt hier ein Bild habe, dann habe ich hier einen unscharfen Punkt, wenn tatsächlich eben das Licht die ganze Linse ausleuchtet. Und das ist zum Beispiel der Effekt, wenn ich meinetwegen einen Sehfehler habe, ich bin weitsichtig oder kurzsichtig, also irgendein Sehfehler und es ist dunkel, dann sehe ich noch schlechter, als wenn es hell ist. Weil wenn es hell ist und genug Licht kommt, dann macht mein Auge die Blende zu und nutzt nur einen kleinen Bereich in der Mitte, um das Licht durchzulassen. Und dann habe ich normalerweise geringere Fehler in der Abbildung und sehe besser. Deswegen bei hellem Licht kann ich typischerweise besser sehen. Bei der Kamera ist es so, wenn ich helles Licht habe, kann ich die Blende, also genau die Öffnung, kleiner machen. Dann nehme ich nur den Zentralbereich des Objektivs und der hat die beste Abbildung, weil die sphärische Apparation dann immer geringer wird. Das ist also ein Linsenfehler. Dann gibt es noch andere Linsenfehler, dass zum Beispiel der Brechungsindex dieses Glases, der hängt von der Wellenlänge ab. Das heißt, der Fokus ist bei unterschiedlichen Weiten, je nachdem, ob ich blaues Licht nehme oder rotes Licht und meine Bilder haben dann Farbrand. Und deswegen bestehen Linsensysteme wie Objektive typischerweise nicht aus einer Linse, sondern aus mehreren Linsen, aus verschiedenen Materialien, um die chromatische Apparation zu kompensieren. Das heißt, die eine Linse hat einen zu starken Brechungsindex für blaues und die andere Linse aus einem anderen Material den umgekehrten Effekt. Und dann kann man die chromatische Apparation dann kompensieren. So kann man diese ganzen Linsenfehler, gibt noch ein paar mehr, mit Linsensystemen, also nicht bloß eine Linse, wie hier gezeigt, sondern ganz viele Linsen, kann ich die kompensieren und kriege dann immer bessere Abbildungseigenschaften. Und das war ziemlich lange so, dass der Bau eines Objektives für eine Kamera, das waren dann so teilweise recht große Brummer, heute hat man ja Handys, die gehen eigentlich immer, aber jedenfalls für so richtige Fotokameras mit hoher Bildqualität sind die Objektive aufwendig und bestehen also aus ganzen Linsensystemen, um gegenüber diesen diversen Linsenfehlern dann zu korrigieren. Und dann kriegt man scharfe Bilder mit guten Farben. Ja, und so sieht dann eben so ein normales Mikroskop, ein Lichtmikroskop im Labor aus. Also wir haben auch in der Uni Konstanz mehrere von diesen Dingern. Es ist typischerweise oben eine Digitalkamera montiert, sodass man da mit seinen beiden Augen nicht unbedingt durchgucken muss, aber wenn man durchguckt, hat man halt im Prinzip, wenn man Glück hat, ein dreidimensionales Bild oder zumindest den Eindruck von Dreidimensionalität, währenddessen die Kamera natürlich nur ein zweidimensionales Bild liefert und das wird dann online dann auf dem Bildschirm abgebildet. Und hier unten gibt es dann so ein Objektivhalter für verschiedene Vergrößerungen. Und so funktionieren die Biester und die kommen so maximal, also maximal auf Vergrößerungen. Die wird immer im Faktor angegeben, wie beim Fernglas. Also einmal, zweimal vergrößert, dreimal vergrößert. Also das Objekt, was man studiert, wird so und so vielfach vergrößert. Und wenn es eben ein Mikrometer groß ist und es wird ein Faktor 1000 vergrößert, dann ist ein Millimeter groß. Und dann kann ich es gerade mal eben erkennen. Weil das ist so ein bisschen die Grenze, tausendfache Vergrößerungen für so ein optisches Mikroskop, das ist dann schon eine ganze Menge. Aber so sehen die aus und die Kosten, je nachdem wie gut die Elektronik ist und die Objektive und so weiter, die kosten dann bereits so vielleicht 100 oder 1000 oder vielleicht auch 2.000, 3.000 Euro, aber sehr viel billiger als die Elektronenmikroskope jedenfalls. Und der große Vorteil, weshalb ich über diese Biester überhaupt rede, ist, ich kann damit lebende Proben untersuchen, ein Elektronenmikroskop, das arbeitet mit Elektronenstrahlen und die breiten sich eben nicht in Luft aus. Das heißt, das ganze Elektronenmikroskop ist eine große Vakuumkammer und alles, was ich da reinschiebe, ist im Vakuum. Das heißt, irgendeine biologische Probe, die, also das ist nicht kalt, das ist bei Raumtemperatur, man kann es auch abkühlen, aber typischerweise bei Raumtemperatur, aber es ist keine Luft und das bedeutet, dass jede biologische Probe sofort Vakuum getrocknet wird. Da ist kein Wasser mehr drin. Es ist also schlagartig trocken. Das heißt, alles, was wir mit dem Elektronenmikroskop anschauen, außer so ganz spezielle Elektronenmikroskope, die können sogar noch Wasser ein bisschen vertragen, also Ambiente, also Umweltbedingungen, normale Umweltbedingungen, aber normalerweise ist es Vakuum und alles, was mit dem Elektronenmikroskop angeschaut wird, ist tot. Ja, und das Lichtmikroskop hat eben den großen Vorteil, dass sich da in Wassertropfen lebende Tiere, also Bakterien und so weiter, kann ich mir anschauen, lebende Zellen. Und deswegen, trotz der eigentlich sehr schlechten Auflösung, sind diese Lichtmikroskope für die Biologie und für auch andere Gebiete, die sich eben mit lebenden Zellenmedizin beschäftigen, sehr, sehr wichtig. Ja, und so sieht dann der Strahlengang von Wikipedia aus, wenn man da ein optisches Mikroskop eingibt. Und wir sehen ja also das Objekt, das ist der kleine rote Pfeil, und wir gucken von oben drauf, und es gibt in der einfachsten Version eines solchen Mikroskops, gibt es also eine Objektivlinse, die möglichst übrigens dicht am Objekt ist, das heißt, ich gehe nochmal zurück auf das Objektiv hier, auf das Bild von dem Mikroskop, das fährt unglaublich dicht heran an den Objektträger. Und je dichter es ist, umso besser. Das hat was mit der numerischen Apparatur zu tun. Also dieser große Abstand, der hier suggeriert wird, der ist nicht realistisch. Also es erzeugt jedenfalls ein reales Zwischenbild, also da irgendwo ist ein richtiges Bild, wenn ich da einen Bildschirm reinhalten würde, hätte ich ein Bild von dem, was da unten zu sehen ist, das ist dann schon vergrößert. Und das Okular, also die Linse, mit der ich da mit dem Auge durchgucke, das ist quasi die Lupe, mit der ich dieses reale Zwischenbild anschaue. So funktioniert es ungefähr. Man kann dann auch im Detail den Strahlengang analysieren, und da gibt es auch Formeln dafür. Das will ich aber jetzt nicht machen. Also das einfachste optische Mikroskop besteht ähnlich übrigens wie ein Fernglas aus zwei solchen Konvexlinsen. Und was das Auge sieht, die Augenlinse, die Wirkung der Augenlinse, was dann auf die Retina wirklich dann abgebildet wird, das muss mit einbezogen werden. Also ohne die Augenlinse geht es nicht. Und was das Auge sieht, ist dann hier so ein riesiges Objekt. Und das kann ich hier über die Strahlengangkonstruktion aus den Winkeln hier ableiten. Also das hier unten, dieser große Pfeil, wäre das, was der Beobachter durch diese beiden Linsen tatsächlich sieht. Ist erst mal seitenverkehrt, wie wir sehen, aber eben auch sehr viel größer als der Originalfeil des Objektes. Das hier unten ist das Bild, was das Auge meint zu sehen. Und das kann man eben über diesen Strahlengang, kann man sich überlegen, wie diese Strahlenoptik funktioniert. Da gibt es Regeln, das geht mit dem Lineal und mit irgendwelchen Winkeln und man muss die Fokuslängen wissen. Aber dann kann man eben das konstruieren, was als Bild dann tatsächlich für das Auge sichtbar wird, ähnlich wie hier gezeigt. Gut, das ist also Strahlenoptik ohne Beugung. Die Beugung begrenzt dann die Auflösung, selbst wenn ich perfekte Linsen ohne Linsenfehler habe. Die Beugung ist die prinzipielle Begrenzung für die Auflösung. Ich hatte ja Beugung und auch Interferenz am Spalt und am Doppelspalt schon mal gezeigt. Das kann man auch mit so einer Wasserwellenwanne machen. Man lässt also so eine Wellenfront auf eine kleine Öffnung zulaufen und dann sieht man, dass sich zwar hinter der Öffnung die Welle auch geradeaus weiter ausbreitet, aber ein paar leichtere Wellen gehen zu Winkeln nach rechts und links weg. Das heißt, das Abbild, der Schattenwurf dieses Spaltes ist verschwommen. Das kommt durch die Beugung. Und wenn der Spalt sehr groß ist gegenüber der Wellenlänge, dann sind Beugungsphänomene zu vernachlässigen. Aber wenn ich eine kleine, also und das hat was mit der Wellenlänge zu tun, wenn die Wellenlänge länger ist und sie ist eben wesentlich länger für sichtbares Licht als die Nanoobjekte, die ich anschauen will, dann spielen solche Beugungseffekte die entscheidende Rolle und begrenzen mir dieses Auflösungsvermögen für Nanotechnologie, für Lichtmikroskope. Und hier gibt es dieses AB, also AB, das ist da so ein Optiker, der das da rausgefunden hat. Das Limit, das errechnet sich als D und das ist der Abstand, den man gerade noch trennen kann. Meinetwegen hat zwei Punkte und die verschwimmen zu einem Punkt, wenn sie zu dicht sind, das wäre der Abstand. Lambda ist die Wellenlänge, also je kürzer die Wellenlänge ist, also der Abstand hier wird kleiner, je kleiner die Wellenlänge ist. Das sieht man in der Formel. Das ist die Wellenlänge, 400 bis 800 Nanometer, also irgendwie keine Chance, durch diesen ominösen Term hier, 2 n mal Sinus Alpha. Und Sinus Alpha, das ist der Öffnungswinkel, das erkläre ich gleich, von meinem Objektiv. Nämlich, wie viel Strahlen ich von meinem Objekt einfange. Also von einem Objekt, sagen wir mal ein Quantenpunkt oder ein Virus, gehen in alle Richtungen Lichtstrahlen weg. Und wenn ich nur die Mittelstrahlen erwische, dann ist der Winkel, der Öffnungswinkel der eingefangenen Strahlen sehr klein. Und dann ist das hier, dann wird D groß, dann habe ich schlechtes Auflösungsvermögen. Wenn ich aber, also ich kann ja nur 180 Grad diesen Winkel haben, also, das ist zweimal, also 90 Grad. Ich kann da nur so einen maximalen Winkel zulassen, also alle Strahlen einsammeln, dann kriege ich ein höheres Auflösungsvermögen. Es ist also einfach die Wellenlänge und dann durch diese merkwürdigen Term hier, und das ist diese numerische Apparatur, und da geht noch n ein, und n ist der Brechungsindex, nicht von der Linse. Die hat sowieso einen Brechungsindex, sondern von der Umgebung. Und in Luft ist das eins. Deswegen gibt es auch solche Mikroskope, die laufen in Öl, um diesen Brechungsindex hier möglichst hoch zu bekommen. Denn wenn die Zahl hier unten größer wird, also n größer als Luft, also Brechungsindex für Luft ist ungefähr eins, wenn ich n größer kriege in Öl, also 1,5 oder sowas, dann wird meine Auflösung besser. Ja, das ist also hier dieses Limit für alle Lichtmikroskope, auch für Elektronenmikroskope, nur dass diese Wellenlänge dann die De Broglie-Wellenlänge ist, und die ist ja viel, viel kürzer. Das gilt überall. Und das ist hier sogar in einem Monument hier, man sieht das, das ist ja so ein Gedenkstein, und der befindet sich, hier steht hier, ist der Link von Wikipedia im Fürstengraben in Jena. Da ist dem Herrn Abbe da diese Formel als Gedenkstein, das findet man bei Wikipedia eben, ist das da niedergelegt. Also sehr wichtig, die Begrenzung aller Lichtmikroskope. Und wir sehen hier, dass dieser Öffnungswinkel, das ist jetzt hier nicht Wikipedia, sondern das ist mikroskopie.de, ein Kurs, da habe ich diese schöne Abbildung hier rausgenommen. Und wir sehen hier, wenn wir also sehr dicht mit unserem Objektiv über der Probe sitzen, und das Objektiv hat eine möglichst große Öffnung und sammelt viele Strahlen ein, in allen möglichen Winkeln, dann wird dieses 2 Alpha in dieser Formel hier, das ist Alpha, das ist 2 Alpha, ist der gesamte Öffnungswinkel und Alpha geht maximal bis 90 Grad und 2 Alpha bis 180 Grad, also dieser Kegel von Lichtstrahlen, der dann in die Linse reingeht. Und hier ist der Kegel, hat einen großen Öffnungswinkel, bedeutet hohes Auflösungsvermögen. Das Auflösungsvermögen hier, wenn der Abstand größer ist, dann ist das Auflösungsvermögen eben schlechter. Geht über diesen Winkel hier in diese numerische Apparatur ein, nicht Apparatur, sondern Apparatur, und dann noch der Brechungsindex des Mediums zwischen Deckglas und Frontlinse des Objektivs. Das dient aber nur dazu, man kann sich das auch nochmal genauer angucken, warum da dieser Brechungsindex des Mediums zwischen der Probe und diesem Glas des Objektivs da eingeht. Es sammelt dann einfach noch mehr Lichtstrahlen ein, wenn der Brechungsindex dieses Mediums, typischerweise Luft, aber man kann es in Öl machen, wenn dieser Brechungsindex möglichst hoch ist. Und dann gilt diese Formel, das ist das A, und dann müssen wir noch zum D kommen, zur Auflösung. Und da gibt es erstmal die Idee, was ist überhaupt Auflösungsvermögen? Das wird ja auch irgendwie definiert, kriegen wir dann also auch für die Elektronenmikroskope ganz ähnlich. Wir haben für jeden Punkt, nehmen wir an, wir haben irgendein fluoreszierendes Molekül, also nur ein Molekül, das kann ich mit dem Laser anregen, und dann fängt das an zu leuchten an. Und dann ist ein Molekül, das ist eben 2, 3, 4 Nanometer im Durchmesser, das ist eigentlich ein Punkt für alles, was optische Mikroskope angeht. Und dann kann ich mir diesen Punkt angucken. Ich weiß, es ist am Punkt, aber was ich sehe, ist eine Scheibe im optischen Mikroskop, wegen dieser Beugung, und zwar so eine Scheibe, wie hier ganz links gezeigt. Das ist das Beugungsmaximum in der Mitte, und dann, also zweidimensional als Kreise, eben diese höheren Beugungsordnungen, die abklingen nach außen. Ich kriege also immer für einen Punkt so ein Beugungsscheibchen. Und das ist auch die Begrenzung von optischen Teleskopen, mit denen wir die Sterne beobachten. Deswegen haben die immer größere, immer größere Spiegel, weil es eben mit dem Durchmesser, also mit dieser, da geht diese nicht, also es ist sowas ähnliches wie die Apertur, je größer die Lochblende ist, mit der ich mal, also dieser Durchmesser meines ersten Spiegels von so einem Weltraumteleskop, oder auch einem erdgebundenen Teleskop, die haben dann 5-Meter-Spiegel oder 7-Meter-Spiegel, also immer größere Spiegel, die sind natürlich sehr schwer und ganz schwierig zu stabilisieren. Aber je größer die Biester sind, umso kleiner werden für einen weit entfernten Stern die Beugungsscheibchen. Ich kriege also immer für einen Stern, wenn er weit genug weg ist, ein Beugungsscheibchen. Und die Größe dieses Beugungsscheibchen skaliert direkt mit dem Durchmesser dieses ersten Spiegels von meinem Teleskop auf der Erde oder im Weltraum. Deswegen müssen diese Teleskope immer größer werden. Und hier bei unseren Nicht-Mikroskopen, wo wir eben, ja, das, was Sterne im Weltraum sind, sind bei uns eben Viren oder noch kleinere Objekte. Immer kriegen wir diese verflixten Beugungsscheibchen und die möchten wir möglichst klein kriegen. Und wenn wir jetzt zwei dicht beieinander liegende Objekte haben, punktförmige Objekte, wir kriegen jeweils mal ein Beugungsscheibchen, dann würde man bei so einem Fall hier, dass es also keine signifikante Abnahme der Intensität zwischen den beiden Maxima gibt, weil die zu dicht beieinander liegen, würde man sagen, das ist nicht aufgelöst. Und nur dann, wenn ein Maximum meinetwegen ins Minimum des ersten Beugungsminimums fällt, hier ist der Abstand sogar ein bisschen größer, hier ist es dann aufgelöst. Das Maximum ist im Minimum, also die überschneiden sich nicht, steht hier drin. Also ich würde, man kann da ein bisschen streiten, weil man das nur wirklich trennen kann, wie man das definiert. Ich würde denken, wenn das Maximum auf das Maximum der ersten Beugungsordnung des benachbarten Beugungsscheibchens fällt. Und da kommt dann, das ist also eine Unsicherheit um Faktor 2 ungefähr, wie ich jetzt genau das Auflösungsvermögen definiere. Jedenfalls ist der minimale Abstand, der Min hier, Lambda, das kritisiert immer mit der Wellenlänge. Deswegen werden wir noch sehen, in der Fotolithografie für die Computership-Herstellung will ich zu immer kürzeren Wellenlängen gehen, um immer kleinere Strukturen mit Fotolithografie für Computer erzeugen zu können. Skaliert also mit der Wellenlänge, je kleiner umso besser, und mit diesem a, n hier. Und das ist eben die numerische Apparatur hier. A skaliert mit n, mit dem Brechungsindex des Mediums zwischen meinem Objekt und dieser ersten Linse. Ja, also Lambda durch diese numerische Apparatur. Und das findet man hier in einer Vorlesung von der Uni Wien, hier unter Mikroskopie. Fand ich diese schöne Definition vom Auflösungsvermögen. Also, wir brauchen irgendwie, das ist für diese Konstruktion von solchen Objektiven für Lichtmikroskope ganz wichtig, irgendwie eine Linse, die dann wirklich ganz dicht über dem Objekt schwebt. Und wenn man konkret tatsächlich irgendwelche Proben, biologische Proben im Wassertropfen untersucht, dann passiert es halt immer, wenn man nicht genau aufpasst, beim Scharfstellen, dass man mit dem Objektiv in die Probe reinramt, weil die also so dermaßen knapp oberhalb der Probe ist. Also hier der Abstand ist ganz klein, unterhalb von einem Millimeter, bei so hochauflösenden, normalen Mikroskopen. Und wenn man da reinramt, dann wird möglicherweise die Linse schmutzig. Dann muss man sie sauber machen und dann kriegt sie Kratzer und was nicht alles. Also das ist einfach ein technisches Problem mit diesem sehr geringen Abstand, um die numerische Apparatur möglichst hoch zu bekommen. Ja, jetzt ist also Auflösungsvermögen abhängig von numerischer Apparatur und Wellenlänge. Hier ist eine andere Quelle, mikroskopie.de, wieder diese Kurse hier. D ist gleich Lambda, es skaliert immer mit der Wellenlänge, die wird durch 2 mal A. Hier ist also dieser Faktor 2 drin und A ist die numerische Apparatur. Und da geht dieser Sinus des Winkels, also halben Öffnungswinkels, also maximal 90 Grad, einmal den Brechungsindex. Und das ist die Formel. Das ist die absolute Begrenzung. Und wenn man da hinkommt, das ist schon mal gut. Und jetzt gibt es eben neu auch optische Mikroskope jenseits des Beugungslimits. Und wie die das machen, das erzähle ich jetzt gleich. Also man kann diese an sich scheinbar, so was wie die Schallmauer, also für Geschwindigkeit in Luft kann ich ja nicht schneller als die Geschwindigkeit des Schalls fliegen, aber kann ich doch mit Überschallflugzeugen. Und so gibt es hier eben über Überbeugungs- oder jenseits des Beugungslimits arbeitende Lichtmikroskope. Gut, aber dazu gleich später erstmal jetzt nochmal die normalen Mikroskope. Hier findet man auch unter mikroskopie.de findet man ja so ein paar Zahlenbeispiele. Also es geht eben mit dieser numerischen Apparatur. Also je dichter ich mit meiner Linse, je größer sie ist und je dichter ich über meinem Objektträger hänge, kann ich auf 2,7 Mikrometer kommen. Das ist also ziemlich groß, weit jenseits von unserer Nanotechnologie. Und wenn ich auf 1,4 komme, dann, also numerische Apparatur, das ist eben wichtig. Also das ist weit weg von Nanotechnologie. Ein Auflösungsvermögen von 2,7 Mikrometern, da kann ich überhaupt nichts mit Nano angucken. Da kann ich, wenn ich Glück habe, zwei einigermaßen große Bakterienzellen trennen, aber die verschwimmen schon fast. Bei 0,4 Mikrometer kann ich eben schon mal die Zellstruktur von irgendeinem Organismus angucken, aber nicht wirklich in die Zelle reinschauen und beim Auflösungsvermögen von 0,196, also 0,2 Mikrometern, 200 Nanometern, ja, da kann ich vielleicht den Zellkern schon mal sehen oder so ein bisschen in so eine Zelle reingucken, aber die Innereien der Zelle wirklich sehen, das geht eigentlich nicht mit einem optischen Mikroskop. Ja, und deswegen haben sich die Leute, weil optische Mikroskope den Vorteil haben, dass ich lebende Systeme in Wasser und so weiter, also Proteine auch in wässriger Lösung, in ihrer normalen Umgebung anschauen kann, da haben die sich Gedanken gemacht, wie kann ich das denn verbessern? Und das geht eben mit einem Konfokalmikroskop. Und das möchte ich dann doch noch durchsprechen als eine Erweiterung der Lichtmikroskope. Hier links haben wir so ein Pantoffeltierchen. Ich habe gelernt, dass die Biologen das als so einen Laienausdruck empfinden. Also wenn ich sage, das sind Pantoffeltierchen, da fangen die Biologen an zu lachen. Aber von mir aus, das ist halt so ein Viech, das hat ja eine gewaltige Größe. Es ist ein Einzeller, aber es ist, glaube ich, einer der größten Einzeller überhaupt. Das kann man schon fast mit bloßem Auge sehen, jedenfalls wenn man unter zehn Jahre alt ist. Da kann man viel besser gucken und kann auch so nah ran, weil die Linse noch so schön, also für so kleinere Kinder, weil die Linse noch so schön flexibel ist. Und da sieht man in so altem Teichwasser, wenn man es gegen das Licht hält, so kleine weiße Punkte so rumzappeln, also so rumwandern. Das sind Pantoffeltierchen mit einer Größe, hier sehen wir es, von ein paar hundert Mikrometern. Das sind also riesige Einzeller. Und ja, man sieht so andeutungsweise im Lichtmikroskop, also das Wikipedia-Bild, dieser Vergleich der beiden Bilder stammt übrigens hier aus meinem Buch. Deswegen habe ich das jetzt mal als Bildquelle angegeben. Hier sieht man andeutungsweise das Innenleben des Pantoffeltierchens ein bisschen. Aber das ist ja sozusagen der Dinosaurier, der Einzeller, da sieht man das ein bisschen. Wenn ich aber Feinheiten auflösen will, wie hier, dann muss ich schon Zahlen zulegen. Hier ist die Skala 10 Mikrometer und da sehe ich hier diese hellen Punkte. Und diese hellen Punkte, das sind so Kanäle, weil die Zellmembran hat bestimmte Kanäle zu verschiedenen Zwecken. Und dann kann man die sichtbar machen, indem ich die einfärbe. Einfärber, also irgendeinem Farbstoff, der sie selektiv an diese Stellen, die ich untersuchen will, also bestimmte Proteinoberflächenstrukturen oder eben andere Teile, da lagert sich das Farbstoffmolekül, das ist auch ein organischer Farbstoff, an. Und wenn ich das mit dem richtigen Wellenlänge beleuchte, dann fluoresziert es und damit sehe ich diese Stellen. Obwohl ich sie eigentlich nicht sehen kann, weil sie viel kleiner sind als die Wellenlänge des Lichtes. Aber ich sehe immerhin schon mal diese Struktur hier. Also mit dem Konfokalmikroskop kann ich das auflösen, mit dem Lichtmikroskop komme ich nicht mal ansatzweise dazu. Hier an so einer Öffnung hier, diese Details der Außenmembran kann ich mir damit nicht angucken. Aber mit dem Konfokalmikroskop, ist auch ein Lichtmikroskop, kann ich das doch. Konfokalmikroskop eingestellt auf ein Detail der Außenhülle dieses Pantoffeltierchens. Die hellen Punkte sind Kanäle in der Hülle, die mit einem Fluoreszenzfarbstoff markiert wurden, der im Laserlicht hell aufleuchtet. Also zwei Sachen, Konfokalmikroskop, Auflösungsverbesserung, also jetzt nicht gerade Faktor 100 oder so, sondern Faktor 2, 3, 4 kann ich mit dieser Technologie realisieren. Und dann auch noch das Markieren mit Fluoreszenzfarbstoffen, die ich eben mit der richtigen Wellenlänge beleuchte und dann leuchten die auf, dann kann ich noch zusätzlich herausfinden, wo ich überhaupt hingucken muss. Dann kann ich einen besseren Kontrast erzeugen für die interessierenden Objekte, die ich da untersuchen will. Also zwei Tricks in der Kombination. Dann sehe ich also, aha, es hat hier so ein regelmäßiges Muster auf der Oberfläche, was ich in diesem Bild eben gar nicht erkennen kann. Wie funktioniert jetzt ein Konfokalmikroskop? Ja, also man kann das Beugungslimit dadurch überwältigen, dass ich einen Pinhol nehme. Also eine sehr feine Öffnung, die kleiner ist als die Wellenlänge des Lichtes. Und wenn ich jetzt meinetwegen eine Öffnung habe, die hat eben nur 100 Nanometer Durchmesser, dann kann ich da mit dem Laser draufleuchten und da werden schon ein paar Photonen durchkommen. Obwohl es im Wellenbild kann eigentlich nichts durchkommen, ist ja zu klein, aber es kommt eben doch was durch. Es kommen Photonen durch. Und hier wird das verwendet, dass ich also eine sehr kleine Öffnung habe und ich muss jetzt auch noch nicht mal so fürchterlich klein sein, weil ich ja außerdem noch mit Linsen arbeite. Also der Trick ist das Überwinden dieses Beugungslimits, indem ich mit sehr kleinen Blenden arbeite. Der Nachteil ist, ich muss rastern. Ich kann mit so einer Blende, kann ich ja nur einen Punkt an der Oberfläche mir angucken. Und wenn ich da einen anderen Punkt angucken will, dann muss ich das hin und her fahren. Das heißt, im Konfokalmikroskop entsteht das Bild durch Rastern. Ich messe also zu einem Zeitpunkt immer nur einen Bildpunkt. Und das ist hier in diesem Bild hier gezeigt, das habe ich mal selber angefertigt. Wie gesagt, hier in diesem Buch ist das da drin, da habe ich das Bild rausgenommen. Da sieht man, dass wir zusätzlich noch eine dreidimensionale Tiefenschärfe haben. Die Schärfeebene ist in einem solchen Instrument hier sehr genau definiert. Das heißt, ich bekomme nur scharfe Abbildungen in einer bestimmten Tiefe in der Zelle. Sonst, wie hier bei diesem Bild hier von meinem Pantoffeltierchen, kriege ich ja von überall Kontrast. Das ist ja alles übereinander. Das ist wie, wenn ich zehn Buchseiten durchleuchte und dann versuche, die Seiten zu lesen. Dann kriege ich ja, die Buchstaben liegen ja alle übereinander. Hier kriege ich ein scharfes Bild, nur aufgrund der enorm hohen Tiefenschärfe, nur aus einer Tiefe heraus mit diesem Trick. Das ist der Strahlengang hier für eine Linse gezeichnet. Tatsächlich ist so ein Konfokalmikroskop natürlich komplizierter aufgebaut. Hier haben wir den Detektor und ich muss dann natürlich, das ist erst mal stark, jetzt kriege ich nur von einem Punkt ein Bild, muss ich halt mein Objekt hin und her fahren. So funktioniert das dann. Da wird also gerastert. Also der Trick ist, mit kleinen Pinholes, sehr kleinen Löchern, das Beugungslimit zu überlisten. Aber ich habe da natürlich weniger Licht, aber ich kann auch mit Lasern rein strahlen. Hier haben wir von Wikipedia das Gleiche, ist also viel komplizierter. Ich habe hier eine Lochblende für die Anregung. Ich stehe da so einen Laser mit der richtigen Wellenlänge durch, den parallelisiere hier, parallelisiere ich hier das Licht. Also ich bilde die Lochblende hier ab auf mein Präparat. Das Präparat ist hier unten und beleuchte da nur einen Punkt und zwar auch in der richtigen Ebene. Das ist also so etwas wie ein Doppelkonfokalmikroskop. Und wenn ich das auch noch in der richtigen Wellenlänge beleuchte und kriege da Fluoreszenz, dann sehe ich genau das, was ich sehen will. Also bestimmte Proteine, die fluoreszieren in dem ganzen Gemisch, was ich in meinem Präparat habe. Und mache ich denselben Trick hier nochmal mit einer Lochblende für die Abbildung. Und dann muss ich natürlich das Präparat hin und her rastern, um ein Bild zu erzeugen. Messen. Der Detektor ist dann einfach nur, im gröbsten Fall, einfach nur ein Intensitätsmessinstrument. Wie viel kommt denn an? Und ich fahre meine Probe durch. Und so kriege ich eine Auflösung, die unter 100 Nanometer herunterkommt. Und so etwas lässt sich eben, das habe ich letztes Mal am Ende gezeigt, so als Appetizer für diese Folge, so etwas kann ich dann eben tatsächlich sichtbar machen. Also hier wurde, also es führt jetzt zu weit, dieses Bild wirklich genauer zu analysieren, aber das wäre so etwas wie das Innenleben von meinem Pantoffeltierchen. Es ist kein Pantoffeltierchen, sondern eine Zelle. Und was ich hier sehe, ist ein Detail des Zytoskeletts. Das sind, Moment, das habe ich auf der nächsten hier, Bildbeschreibung. Wo haben wir es denn? Aktin-Filamente. Das sind nicht diese etwas dickeren Mikrotubuli, sondern davon ausgehende weitere Stützstreben, dünnere Stützstreben. Die haben Durchmesser, das steht ja auch irgendwo, von 6 Nanometern. Und die kann ich eigentlich nicht sehen, auch nicht mit einem Konfokalenmikroskop, weil die sind einfach zu dünn mit 6 Nanometern. Aber ich kann sie einfärben. Und wenn ich sie einfärbe, dann erscheinen sie als sehr, sehr viel dickere Linien. Also das ist dann eine extrem feine Linie, die aber leuchtet. Und ich kriege von dieser Linie eben, das kann man sich wie Punkte vorstellen, nebeneinander und von jedem punktlich ein Beugungsscheibchen. Netto sehe ich dann eine sehr viel dickere Linie. Das Auflösungsvermögen, mit dem ich hier diese Aktin-Filamente dann wirklich sichtbar machen kann, ist 80 Nanometer. Und wir sehen ja also eine enorm komplexe Innenstruktur. Das Zytoskelett, also das, was die Zelle wirklich stabilisiert, sichtbar gemacht mit dieser Kombination aus einer Fluoreszenz-Technik, ich will nur diese Aktin-Filamente sehen, mit einem Konfokalenmikroskop, um wenigstens unter 100 Nanometer Auflösungsvermögen zu kommen. Ist aber natürlich noch weit weg davon, einzelne Atome oder auch nur Proteine sichtbar zu machen. Dazu ist das Auflösungsvermögen immer noch bei Weitem zu schlecht. Aber es sieht schon sehr viel beeindruckender aus, als dieses verschwommene Bild mit einem normalen Lichtmikroskop von meinem Pantoffeltierchen. Ja, hier ist also die Bildbeschreibung des vorherigen Bildes mit der Quellenangabe, da will ich aber jetzt nicht näher drauf eingehen. Auf jeden Fall Konfokalmikroskop für die Biologen, oder für die Biologie, auch die Medizin, ein wichtiges Instrument, um ein bisschen über dieses AB-ische Beugungslimit hinaus zu kommen. Ja, dann geht es aber noch weiter. Ich kann noch mehr Beugungstechniken anwenden. Also, das ist hier beschrieben, das ist Wikipedia unter Microscopy. Da gibt es also Also, es gibt eine Vielfalt von optischen Techniken, also alles optische Mikroskope, mit denen dieses Beugungslimit überwunden werden kann, weil es eben so attraktiv ist, mit Licht zu arbeiten an lebenden Systemen. Und hier ist ein Text, der das näher beschreibt, den will ich jetzt aber nicht vorlesen. Ich habe das hier so ein bisschen mal zusammengefasst, in den deutschen Text hier. Ich will es mal kurz beschreiben. Also, ein Trick ist, dass ich mit Fluoreszenz arbeite, und ich habe so wenig fluoreszierende Moleküle in meiner Probe, dass sie also relativ weit auseinander liegen. Also, sagen wir mal 10 Mikrometer. Das wäre jetzt schon eine ziemliche Distanz auf dem Bild, gerade von diesen Aktinfilamenten. Okay, und da habe ich jetzt zwei fluoreszierende Moleküle, und die leuchte ich jetzt an mit dem Laser, und dann fangen die an zu fluoreszieren, und ich sehe ein Beugungsscheibchen und noch ein Beugungsscheibchen. Das heißt, ich habe getrennte Beugungsscheibchen. Und jetzt kann ich meinen Computer auf diese Beugungsscheibchen loslassen und sagen, aha, das Licht kommt aus der Mitte des Beugungsscheibchens und falte dieses Scheibchen raus und ersetze es durch einen Punkt genau in der Mitte des Scheibchens und behaupte, da ist mein fluoreszierendes Molekül. Das habe ich ja nicht gemessen, ich habe nur das Scheibchen gemessen. Und jetzt ist das so eine Sache. Ist dieses Molekül wirklich in der Mitte des Scheibchens? Das gilt ja nur dann, wenn dieses fluoreszierende Molekül sich nicht bewegt. Weil es fluoresziert ja einzelne Photonen, einen Teil davon weise ich nach und man muss ja eine Weile warten, bis ich dann mein Bild habe. Ich belichte ja eine Weile und dann kommen ganz viele Photonen raus. Und jedes Mal muss ich eigentlich dieses Scheibchen zurückrechnen oder vielmehr, ich muss dann das Scheibchen aufnehmen und dann zurückrechnen. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn die Probe statisch ist, nicht wenn sich während der Belichtungszeit hier mein Scheibchen bewegt oder so was. Also es ist ein bisschen so eine Sache, da einfach die Scheibe gegen den Mittelpunkt zu ersetzen. Da muss man genau überlegen, was man macht und es geht nur für ganz bestimmte Proben. Aber es funktioniert beeindruckend. Ich kann natürlich für einen verschwommenen Objekt, was ungefähr rund ist, immer einen scharfen Punkt hinsetzen im Computer. Dann sind alle beeindruckt. Oh, klasse. Es ist bloß ein bisschen, also ich würde jetzt mal denken, naja, ist ein bisschen, ja, also geschönt. Na, schön, doch, es sieht schöner aus. Also hier haben wir ja so ein Bild eben genau mit relativ wenig fluoreszierenden Molekülen. Die sind grün und rot und hier haben wir dann das mal aufgelöst. Skala ist 500 Nanometer, ist also höllengrob, ja. Und dann kann ich aber jeden dieser verschwommenen Flecken mit dem Computer durch so einen Punkt ersetzen. Und da sieht das natürlich super beeindruckend aus. Also es ist so eine Technologie. Also man muss bei diesen Techniken, mit denen man den Computer zur Bildbearbeitung einsetzt, mit Fluoreszenz arbeitet, unkomfokal sowieso und alles Mögliche, da muss man sehr genau aufpassen, was man da wirklich sieht, weil eine Menge Auswertungspower da reingesteckt wird. Und da kann man Fehler machen über solche bestimmten Annahmen. Zunächst mal sieht es sehr, sehr beeindruckend aus. Also dieses verschwommene Bild hier, das ist das, was man wirklich misst. Und dann der Computer zaubert daraus dieses Ding. Ja, okay. Also das sind jedenfalls Technologien, die das Beugungslimit überwinden. Also im ersten Ansatz ist die Idee, ich habe ein einzelnes fluoreszierendes Molekül, was eben irgendwo anpappt, wo ich aus der Position wissen will, und ersetzt das Beugungsscheibchen gegen einen scharfen Punkt. Das kann man machen. Aber man muss, also nochmal das wiederholen, man muss schon überlegen, ist das jetzt wirklich da an der Stelle im Mittelpunkt dieses Scheibchens gewesen. Gut, das also zu optischen Mikroskopen. Sehr wichtig für alle Wissenschaftszweige, die sich mit lebenden Systemen beschäftigen. Und dann haben wir eben diese phänomenalen Elektronenmikroskope, die diese sehr hohe Auflösung haben. Und jetzt gehen wir eben so weit, dass wir einzelne Atome sichtbar machen. Aber das ist ein langer Weg bis dahin. Zunächst mal die Linse. Hier, das ist so ein Bild, das habe ich auch in meinem Buch da abgedruckt gehabt. Hier sieht man also so eine Spule, das ist einfach eine Magnetspule. Und wir sehen, es gibt eine Fokussierung. Das sind Elektronentrajektorien, die von einem Objekt ausgehen. Und die werden fokussiert auf einen Punkt dahinter. Da gibt es also wieder einen Fokus für diese Trajektorien. Und die Bahnen der Elektronen sind krumm, weil es ein Magnetfeld ist. Dann spiralisieren die. Das Bild ist auch gedreht. Aber es gibt ein Bild. Es werden alle von diesem einen Punkt und auch von den anderen Punkten des Falls ausgehenden Elektronentrajektorien wieder vereinigt hier an Punkten im Bild. Es gibt also ein Objekt und ein Bild. Ganz normal, wie ich es von der Optik kenne. Nur mit diesen kleinen Unterschieden, dass ich so eine Drehung drin habe und die Trajektorien, also die strahlende Elektronen, geideswegs geradeaus sind. Gut, also ich kann mit einer Spule kann ich eine Linse für einen Elektronenstrahl realisieren. Dann kann ich auch zwei Linsen, objektiv und okular realisieren. Und schon habe ich ein Mikroskop. Hier unten ist so ein Text, aber da steht ungefähr das drin, was ich gerade mit Worten erklärt habe. Und hier gibt es dann wieder Wikipedia. Das ist sogar eine Animation. Man kann das starten, dann bewegt sich das, weil hier geht es um ein Scanning Elektron Microscope. Und hier wird also nicht wirklich was abgebildet mit irgendwelchen Linsen, sondern es wird nur ein hart, scharfer, nadelfeiner Strahl auf eine Probe geschossen. Oh, das alles. Also ich muss eigentlich bloß, das sieht man jetzt leider nicht so gut, hier ist der ganze Aufbau und eine Spule, also dieser Ring hier, also ist dasselbe nochmal vergrößert hier rechts. Ich habe also nur eine Spule in diesem ganz einfachen Aufbau und die fokussiert mir die Elektronen, die von der Elektronenkanone kommen, zu einem möglichst feinen Punkt. Und der Durchmesser, dieses Fokus des Elektronenstrahls ist die Auflösung. Ja, das ist natürlich nicht, ich kann den jetzt nicht beliebig weit fokussieren. Ja, gibt es ja wieder Linsenfehler und dann hängt es davon ab, wie meine Elektronenkanone, die soll möglichst punktförmig sein, muss also am besten eine scharfe Spitze sein, damit ich da als Quellpunkt der Elektronen einen sehr scharf definierten Punkt habe, denn der wird unten abgebildet. Und dann kriege ich hier vielleicht eine Auflösung, ja, was ist das dann? Hier steht es 1 bis 20 Nanometer, aber nur an guten Tagen. Also eigentlich liegt es eher so schon unter 100 Nanometer. 100 Nanometer war ja so ein bisschen die optimale Auflösung für super duper optische Mikroskope, also außer mit dem Trick, mit dem Rückrechnen, da kommt man natürlich auf noch bessere Werte. Aber jedenfalls reale Auflösungsvermögen, optischer Mikroskope, also optimal 100 Nanometer und hier geht es runter bis 1 Nanometer, aber das ist dann auch wieder so eine Sache bei diesem Scanning-Elektronen-Mikroskop. Es ist ein Prinzip, es gibt andere Prinzipien. Hier mache ich ja keine Abbildung, sondern ich habe einen H-Nadelfein-Strahl und den rastere ich über die Probe. Ja, wie kriege ich hier jetzt ein Bild? Indem ich an die Seite hier gezeigt die gestreuten Elektronen anschaue. Also ich habe jetzt meine Probe und jetzt schieße ich mit dem Elektronenstrahl drauf und dann spritzen in alle Richtungen Elektronen davon. Jetzt kann ich einfach irgendwo hin meinen Elektronen, einen Detektor hinstellen, der die Elektronen misst. Und jetzt kommt es auf die Struktur der Oberfläche dieser Probe an. Nehmen wir mal an, das ist jetzt irgendeine Probe, also so ein trockenes Pantoffeltierchen zum Beispiel. Und je nachdem, ob ich da jetzt eine Delle in der Oberfläche der Haut des Pantoffeltierchens habe oder sogar einen Kanal, dann dringt der Elektronenstrahl tiefer ein und dann werden weniger Elektronen in die Richtung dieses Detektors gestreut. Und an einer anderen Stelle, wenn ich jetzt meinen H-Nadelfein-Strahl darüber fahre, dann treffe ich vielleicht auf eine feste Oberflächenstruktur meines biologischen Objekts und dann kriege ich auf einmal viel mehr gestreute Elektronen. Ich messe also hier nur die Intensität der gestreuten Elektronen und rastere diesen H-Nadelfein-Strahl über mein Objekt. Und jetzt könnte man sagen, na prima, dann muss ich ja nur den Fokus möglichst klein kriegen, dann habe ich eine hohe Auflösung. Das stimmt nicht ganz, weil was auch noch eingeht, ist, es ist nicht die Proccibellenlänge nur und eben der Fokus, sondern abhängig von kinetischer Energie, also Auflösung ist vom Fokus und von der Streuung der Zeichen in der Probe abhängig. Die gestreuten Zeichen kommen ja nicht genau aus dem Fokus, sondern der Elektronenstrahl taucht ein paar Nanometer in die Oberfläche des Objekts ein und aus all diesen Bereichen, der sozusagen von Elektronen geflutet wird, kommen gestreute Elektronen raus, sodass tatsächlich ein größerer Fleck, der Quellpunkt ist für diese gestreuten Elektronen und dann ist die Auflösung schlechter als der Durchmesser des Fokus. Aber das hängt natürlich von der Art der Probe ab. Ja, und was man eben damit hinkriegt, sind immer nur Schwarz-Weiß-Bilder. Das ist ein Intensitätsbild. Ich messe die Intensität gestreuter Elektronen und wenn ich das farbig mache, dann ist das koloriert, das Bild, da gibt es keine Farbinformation. Also gut, man kann mit Elektronen, Energy, Loss und so weiter, für die Experten kann man schon auch eine Elementanalyse machen. Aber die normalen Elektronenmikroskope, und das ist ja ein sogenanntes Raster-Elektronenmikroskop oder Scanning-Elektronen-Mikroskop in niedriger Auflösung, hier sehen wir es, 100 Mikrometer, das sind irgendwie, was sind das denn, Blütenpollen. Die sind ja riesig, also das hat nichts mit Nano zu tun. Ich kann also die Auflösung von so einem Raster-Elektronenmikroskop ganz groß machen. Das ist phänomenal, weil ich kann da nämlich auch reinzoomen und ich habe immer diesen fantastischen Kontrast. Also eine sehr, sehr gute Tiefenschärfe, sehr gute Auflösung und einen sehr guten Kontrast. Es sieht gestochen scharf aus. Also Blütenpollen aufgenommen mit einem Raster-Elektronenmikroskop. Die relativ großen Objekte lassen sich auch mit einem Nicht-Mikroskop untersuchen, aber die Bilder werden nicht so gestochen scharf und kontrastreich. Da erkennt man sofort, dass das eine Elektronenmikroskop-Aufnahme ist, vorzugsweise von einem Raster-Elektronenmikroskop. Also so ein haarscharfer Strahl, der da drüber rastert. Und damit kann ich also schon sehr viel bessere Bilderchen machen als mit meinem optischen Mikroskop. Aber diese Viecher, die sind alle tot und knochentrocken. Ja, und so sieht dann im Vakuum ein Pantoffeltierchen aus. Ja, das ist jetzt nicht mehr am Leben und die Härchen, die Flimmerhärchen, die stehen alle senkrecht ab. Ich weiß nicht, wie das präpariert wurde, aber das ist eben im Vakuum. Und der Elektronenstrahl, im Gegensatz zum Lichtstrahl, der durchdringt das Teilchen nicht, also diese Zelle, sondern Elektronenmikroskope, zumindest Raster-Elektronenmikroskope, sind sehr, sehr oberflächensensitiv. Weil Elektronenstrahlen nicht sehr weit, dass sie nur wenige Nanometer in so eine Oberfläche eindringen. Das heißt, ich kriege hier ein Bild der Außenhaut, aber was ich eben sehr schön sehen kann, ansatzweise wohl auch diese ganzen Poren, die wir vorhin schon im Konfokalmikroskop gesehen haben. Aber ich sehe eben hier die ganzen Zilien, Härchen, mit denen das Teilchen, das das Tier durch das Wasser paddelt. Und die machen eigentlich so eine kollektive Wellenbewegung, die hier eben überhaupt nicht sichtbar ist, weil das ist eben getrocknet, das Tierchen. Und die Zilien, nur mal als Nebenbemerkung, das sind die gleichen Zilien, die auch in unserer Lunge die Bronchien sauber halten. Das ist dasselbe Bauprinzip. Da zeige ich gleich noch ein paar höher aufgelöste Bilder. Also so sieht unser Pantoffeltierchen aus. Und das ist immer noch eine grobe Auflösung. 50 Mikrometer ist hier die Skala. Aber immerhin schon mal ein bisschen feiner reingezoomt als gerade bei den Blütenpollen. Ja, jetzt geht es weiter. Wenn wir jetzt eine höhere Auflösung, also wir könnten auch mit dem Rasterelektronenmikroskop höhere Auflösung realisieren, aber wir gehen jetzt mal ein Transmissionselektronenmikroskop. Und hier wird jetzt wirklich mit Elektronen abgebildet. Das heißt, ich habe wirklich ein Elektronenmikroskop. Die Elektronen werden also durchstrahlen, meine Probe. Und ich hatte ja gerade gesagt, dass Elektronen in solchen Festkörpern nur ein paar Nanometer weit kommen, wenn man Glück hat. Das heißt, entweder muss es ja hohe Elektronenenergie nehmen, und das macht man auch. Man arbeitet mit 100 Elektronenvolt, 100 Kilo Elektronenvolt, oder gar einer Million Elektronenvolt. Und das bedeutet, ich muss meine Elektronen mit genau dieser Voltzahl beschleunigen. Das heißt, so ein Elektronenmikroskop ist ein hoher Turm, oben ist eine Elektronenkanone und die Elektronen werden mit einer Spannung von 100.000 Volt beschleunigt. Das heißt, da drin ist ein kleiner Elektronenbeschleuniger oder sogar mit einem MEV, also mit einem Megaelektronenvolt. Das sind dann allerdings sehr aufwendige Geräte, aber jedenfalls immer einige zig Kilo Elektronenvolt, mit denen ich die Probe durchstrahle. Hier habe ich meine Probe und dann habe ich hier wieder eine Linse und bilde das ab und kriege hier unten ein Bild. Dann habe ich wirklich einen Sensor, der die Intensität der Elektronen aufnimmt. Also wirklich wie so eine Fotoplatte. Ich könnte sogar eine Fotoplatte nehmen, weil die wird auch durch Elektronen belichtet und kriege ich dann ein richtiges Bild. Das ist also richtige abbildende Technologie, statt mit Licht, dann mit Elektronen. Und es gibt eben dann mehrere solche Linsen. Und das kennt ihr jetzt erstmal nicht. Das ist ein Transmissionselektronenmikroskop, erfordert aber extrem dünn geschnittene Proben, damit der Elektronenstrahl da durchkommt. So sieht das Ding aus. Das ist auch aus meinem Buch. Im Buch steht drin, wo das Bild im Original herkommt. Ich habe es jetzt leider nicht mehr gefunden, aber das ist so ein Bild. Und hier sieht man also so ein relativ großes Elektronenmikroskop. Also von der schieren Größe würde ich sagen, dass das schon eine ganz schön gute Auflösung hat. Es wird immer größer, weil wir diese hohen Beschleunigungsenergien brauchen für die Elektronenbeschleunigung. Und auch Korrekturlinsen. Der Aufwand, die Linsenfehler der magnetischen Linsen zu korrigieren, der wird immer größer, je höher die Auflösung sein soll. Ich komme mit einem normalen Elektronenmikroskop mit einfach so Spulen, wie ich sie gerade gezeichnet habe, da komme ich nicht auf einen Nanometer, da komme ich noch nicht mal auf zehn Nanometer. Die Linsenfehler von so einer einfachen Spule sind gewaltig. Ja, trotzdem, also wenn ich jetzt mal, sagen wir mal, ein paar hunderttausend Euro investiere für so ein einigermaßen vernünftiges Elektronenmikroskop und ich investiere in die Probenpräparationen, dann kann ich mir so eine Zilie, so ein Flimmerhärchen von so einem Pantoffeltierchen ein bisschen genauer angucken. Und das ist hier geschehen, das ist natürlich durchstrahlt, also im Querschnitt. Und was man hier in diesem Bild wirklich wunderbar sieht, ist der innere Aufbau der Verankerung eines solchen Härchens. Ich gehe noch mal zurück zu meinem gesträubten Pantoffeltierchen. Es geht jetzt um ein so ein Härchen, wie das in der Membran dieses Einzellers verankert ist. Und was wir hier sehen, sind diese Mikrotubuli, also ist sogar bezeichnet, die also diesem ganzen Ding, diesem Härchen Stabilität geben. Und hier ist die Verankerung und dann gibt es auch noch ein Mechanismus, so eine Art Muskulatur, die dafür sorgt, dass das Flimmerhärchen eben tatsächlich sich bewegt und einen Antrieb gewährleistet. Es muss auch noch eine Steuerung geben, damit die benachbarten Flimmerhärchen kollektiv die richtige Bewegung machen. Und das kann man hier, die Skala ist jetzt 0,5 Mikrometer für diesen Fall, 500 Nanometer. Also hier habe ich jetzt ein Auflösungsvermögen im Sub-100 Nanometer oder sogar vielleicht, wo sind wir denn da, so ein Mikrotubuli. Ich kann die innere Struktur der Mikrotubuli hier noch nicht auflösen, aber ich würde mal denken, da bin ich so bei 10 Nanometer Auflösungsvermögen. Und das schaffen diese Elektronenmikroskope dann schon. Und das ist natürlich begeistert. Hier kann ich ja viel mehr sehen. Das ist nur die Verankerung eines Flimmerhärchens in einem so einem Pantoffeltierchen mit diesem fantastischen Instrument. Und das ist so eine Zilie. Und wie gesagt, wir haben in unserem Körper auch solche Flimmerhärchen. Und das sind genau die gleichen Flimmerhärchen. Die haben auch genau diesen gleichen Aufbau. Die Natur hat das vom Einzeller bis zu uns nicht variiert, dieses Antriebsprinzip. Ja, also wir gehen natürlich zu Fuß mit Beinen, aber die Flimmerhärchen haben den Zweck, den Schleim aus der Lunge und auch Schadstoffe aus der Lunge raus zu transportieren. Ja, jetzt können wir die Auflösung noch höher schrauben. Und dann können wir einen Querschnitt durch so eine Zilie angucken. Also wie dieses präpariert wurde für die Aufnahme, das weiß ich nicht. Also sicherlich sehr großer Aufwand, überhaupt erstmal die Probe zu präparieren, um in Durchstrahlung dann den Querschnitt der Zilie, also wir machen einen Querschnitt hier durch die Zilie. Und das ist ein Mittelstrang und mehrere im Kreis herum angeordnete Mikrotubuli. Und die kleinen Kreise hier, man sieht, dass die Mikrotubuli, das sind diese Röhren, dass die wiederum aus so kleinen Kullern bestehen. Das sind die Proteine. Aber jedes dieser, jetzt habe ich vergessen, wie die Proteine heißen, die haben hier so einen Namen, jede dieser Tubulin, also wahrscheinlich heißen die Tubulin, da gibt es A und B, da gibt es zwei Sorten, die sind jedes für sich ein, zwei, drei Nanometer groß. Deren Innenleben kann ich jetzt noch nicht sehen. Ich sehe nur, aha, da sind Kullern, aus denen die Mikrotubuli bestehen und das sind Moleküle. Hier kann ich also, bei dieser Auflösung, 100 Nanometer ist der Pfeil, hier kann ich schon zum ersten Mal einzelne Moleküle, wenn auch biologische Riesenmoleküle, das sind Proteine, das sind Riesenmoleküle, die kann ich hier sehen. Querschnitt durch ein Antriebshärchen des Pantoffeltierchens, Zilie. Die zehn Paare dunkler Kreise sind Mikrotubuli, die durch die ganze Länge der Zilie verlaufen. Jedes Mikrotubuli hat einen Durchmesser von 25 Nanometern, also die Auflösung ist jetzt ein paar Nanometer, weil ich das Innenleben eines 25 Nanometer durchmessenden Objektes sehe und ist aus dem Protein Tubulin, genau, aufgebaut. Der Querschnitt, jeder Röhre, besteht aus 13 dieser rund 8 Nanometer großen Proteine. Also hier ein so kleines Kreis, ich weiß nicht, ob man es im Movie sehen kann, ist 8 Nanometer groß. 8 Nanometer ist immer noch viel größer als ein einzelnes Atom. Also wir können noch keine Atome sehen, aber wir können wenigstens einzelne Biomoleküle, also sehr große, das sind Proteine, die können wir sehen. Ein Protein besteht dann doch schon aus tausenden oder gar mehreren tausenden von Atomen. Aber wir können da mal, jetzt sehen wir zum ersten Mal mal ein einzelnes Molekül, wenn auch ein riesiges Molekül mit dieser Auflösung. Ja, jetzt kann man weitergehen und wir versuchen, die Linsenfehler zu bekämpfen. Das ist, glaube ich, von Wikipedia hier, damals gewesen, leider habe ich das jetzt aktuell, das Buch ist ja von 2013, nicht wiedergefunden, das ist also auch aus dem Buch hier. Hier sieht man eine Anordnung von Magneten, die korrigieren die Linsenfehler von diesen simplen Spulen. Und man sieht, das sind also Weicheisenkerne hier mit solchen Spulen, die so angetrieben werden und damit kann ich die Linsenfehler korrigieren. Das ist aber sehr aufwendig. Man sieht schon, es sind ganz viele Elektromagnete und man muss das in bestimmter Weise konstruieren und dann auch noch die Ströme durch diese Magnete optimieren. Und damit kann ich die Linsenfehler korrigieren. Denn im Prinzip, dieses AB-ische Auflösungslimit für Elektronenstrahlen mit einigen zig Kilo Elektronenvolt Energie, das ist weit unterhalb von einem Nanometer. Aber das erreiche ich nicht wegen der Linsenfehler. Und damit kann man seit, ja ist es noch nicht so lange, vielleicht seit 20 Jahren oder so, Elektronenmikroskope gibt es schon ganz lange, das ging im frühen, in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts los, dass man sowas hatte, aber nicht mit der hohen Auflösung. Und mit sowas kommt man jetzt eben in den Bereich, dass man einzelne Atome sichtbar machen kann. Und das ist hier ein höchst auflösendes Elektronenmikroskop, High Resolution Transmission Electron Microscopy und wir sehen hier links und rechts in den beiden Bildern zwei verschiedene orientierte Kobaltcluster. Und die Größe sehen wir hier, das sind ein paar Nanometer im Durchmesser, die bestehen immer noch aus sehr vielen Atomen, also einige 10.000 Atome. Und was wir hier links sehen, das sieht so aus, als würden wir da einzelne Atome sehen, das stimmt aber nicht. Wir gucken genau entlang einer Reihe von Atomen. Also wenn man ein Kristall hat, also das gibt es ja im Chemieunterricht, hat man ja manchmal so aus so Stecken und Kullern so Einkristalle und wenn man entlang bestimmter Linien sieht oder Maisfeld, wenn man am Maisfeld vorbeifährt, dann sieht man immer wieder, wenn man genau vor so einer Reihe, entlang einer Reihe guckt, dann sieht man eben die einzelnen Reihen. Wenn man ein bisschen schräg guckt, dann sieht man einfach nur einen Haufen Maispflanzen. Und hier ist das so, hier gucke ich entlang einer Reihe, Das eine Kuller steht also für ganz viele Kobaltatome, die genau hintereinander sind. Und hier ist es ein bisschen anders orientiert, hier sehe ich also so quasi die Kristallebenen. Aber die Abstände entsprechen also genau den Abständen, das steht ja auch in dem Text drin, wie man für normalen Festkörperkobalt auch erwarten würde, nur dass das eben Kobalt-Nanopartikel sind. Das sind keine Cluster, weil dafür sind sie viel zu groß, einige 10.000 Atome, sondern eben Nanopartikel mit einem Durchmesser von 5 bis 10 Nanometern. Aber das kann ich eben sichtbar machen. Und jetzt kommen wir also schon verdächtig dicht dran, dass wir nicht einzelne Atome, aber immerhin Atomreihen und Atomebenen im Kristall sichtbar machen können. Die Auflösung ist jetzt also in der Größenordnung von einem, ja unter einem Nanometer. Ich kann also die einzelnen Atomebenen in einem Kristall schon auseinanderhalten. Das ist übrigens eine Publikation im Physical Review B, das ist eine Fachzeitung, 1969 von 2004. Da haben die Leute sich hier um magnetische Anisotropie gekümmert, also die verschiedenen Achsen, also magnetischen Achsen von solchen Kobalt-Clustern. Da geht es dann ins Eingemachte, diesen Nanomagnetismus zu verstehen. Ja, und dann geht es darum, dass man mit diesen Dingern eben wirklich einzelne Atome sichtbar macht, aber da es in Durchstrahlung geschieht, muss ich sehen, dass ich dann auch wirklich nur ein Atom im Strahlengang habe. Und das geht ja zum Beispiel mit so einer Graphen-Schicht. Und das hier ist eine Graphen-Schicht, da hat es aber ein Silizium-Atom drin. Das ist also eine Störstelle und das hat es hier auf dieser Seite Füß-Org, hat es jetzt zu diesem sehr schönen Bild geschafft. Tatsächlich ist es, glaube ich, ein Füß-Refletter, aber ich habe merkwürdigerweise nicht den Original-Link gefunden, also nur zu Füß-Refletter als Zeitung, aber nicht zu der Publikation hier. Es stammt jedenfalls, steht auch irgendwo aus einem der Regierungslabors, Argonation Lab oder so, das weiß ich jetzt nicht ganz genau, von der Arbeitsgruppe da in den USA. Die haben diese Aufnahme gemacht und wir sehen hier die Sechserringe von der Graphenebene. Graphene ist ja eine einzelne Lage aus Graphit. Graphit besteht ja aus atomaren Lagen von Kohlenstoff, in dieser SP2-Hybridisierung habe ich ja erklärt, also wie so ein Buch und es ist jetzt nur eine Seite aus dem Buch und in dem Buch, also in dieser Seite Graphen, sind es immer Sechsecke. Die kann ich hier sehen. Das heißt, das sind einzelne Kohlenstoffatome. Phänomenal. Allerdings, das wird jetzt mit ziemlich hochenergetischen Elektronen durchstrahlt. Das kann ich jetzt nur mit Sachen machen, die eben so eine Strahlenbelastung auch aushalten und nicht auseinanderfliegen. Das geht hier mit Graphit. Das ist relativ stabil. Und dieser leuchtende Punkt hier ist ein Atom, was ein höheres Z hat, also eine höhere Kernladungszahl. Es gibt einen enormen Kontrast und das ist, glaube ich, ein Siliziumatom. Ja. The atomic resolution Z-Contrast images show individual silicon atoms bonded differently in Graphen. Also hier kann ich sehen, an welcher Stelle ein Siliziumatom in diesem Kohlenstoffnetzwerk, beides ist vierwertig im Prinzip, aber sie macht ja nur SP3-Hybridisierung, wo das eingebaut ist. Aber gut, ich will jetzt hier nicht auf die Physik eingehen. Ich zeige nur eines der beeindruckendsten, höchst auflösenden Elektronenmikroskopien, Transmissionselektronenmikroskopie, Aufnahmen, die ich jetzt aktuell in diesem Jahr gefunden habe. Ein bisschen gescannt, was sind denn da die tollsten Aufnahmen, wo ich wirklich atomare Auflösung habe. Aber es ist in Durchstrahlung, wenn ich da jetzt eine ganze Menge Atome hintereinander hätte, dann könnte ich das nicht machen. Ich brauche eigentlich was Freitragendes, was nur ein Atom dick ist und das ist eben Graphen. So, das war die Elektronenmikroskopie bis hin zur atomaren Auflösung. Ich kann damit Atome sehen. Das ist schon phänomenal. So, jetzt kommen wir zu den Scanning-Probe-Mikroskopen, also Raster-Sonnenmikroskope heißen die auf Deutsch. Da gibt es als Wichtigstes das Tunnelmikroskop. Da wird der Abstand der Spitze, die die Oberfläche abrastert, kontrolliert über den Tunnelstrom. Dazu brauche ich eine Leitfähige Probe und der andere Typ ist ein AFM, Atomic Force Microscope. Da wird gemessen, ob die Spitze eine abstoßende Wechselwirkung mit der Oberfläche bemerkt, also dass sie einfach aufliegt und damit kann ich eben auch die Oberfläche abrastern und dann eben auch für isolierende Oberflächen. Beide zusammen heißen Scanning-Probe-Mikroskope, STM, Scanning Tunneling-Mikroskopes, also mit dem Strom und AFM Atomic Force Microscope. Da wird durch eigentlich ein Spiegelsystem kontrolliert, dass die Spitze, die ist an so einem flexiblen Balken, dass die also ein bisschen zurückgedrückt wird, wenn sie aufliegt und dann wird sofort die Kraft eben zurückgefahren. Das alles wird mit Piezos sehr genau kontrolliert. Mit Piezo-Kristallen, an die ich Spannung anlege, kann ich also eine Spitze hin und her scannen und auch den Abstand der Spitze ständig variieren, sodass ich wirklich das topologische Oberflächenprofil der Oberfläche abrastere. Entscheidend ist allerdings, dass die Spitze in beiden Fällen, von beiden Arten der Mikroskope, dass die eben sehr scharf ist. Und so sieht eine Spitze aus. Hier habe ich ein sehr schönes Bild gefunden. Das ist eine Kombination aus einem, ich nehme ein, einem Raster-Tunnel-Mikroskop. Das würde man aber jetzt an dem Bild nicht sehen, ob es ein Tunnel-Mikroskop oder ein Raster-Kraft-Mikroskop ist. Denn ich sehe hier nur die Spitze. Und es ist eine phänomenal scharfe Spitze. Sieht jedenfalls sehr schön phänomenal scharf aus. Leider haben wir hier keine Größen-Skala. Sieht sehr klein aus, aber das weiß man beim Raster-Elektronen-Mikroskop jetzt nicht. Ich kann jedenfalls sehen, wie diese Spitze hier tatsächlich fast bis auf die Oberfläche geht. Sie soll natürlich nicht in die Oberfläche reinrammen und die beschädigen, sondern möglichst nur, wir haben Tunnelstrom, da ist ja tatsächlich ein Gap zwischen Spitze und Probe. Und da fließt der Strom durch über den Tunneleffekt. Aber die Probe selber berührt die Spitze nicht. Bei Raster-Kraft-Mikroskop, da gibt es so einen ähnlichen Effekt, dass so eine abstoßende oder anziehende Wechselwirkung mit der Oberfläche über die Van der Waals-Kraft auch schon eintritt, bevor wirklich ein physikalischer oder kovalenter, würde man sagen, Kontakt zwischen der Spitze und der Probe erfolgt. Also sind die beiden Mikroskope. Jedenfalls sehen wir hier diese unglaublich feine Spitze und es ist klar, für die Spitzenproduktion, da muss einiger Aufwand erzeugt werden und dummerweise gehen die kaputt, wenn man einen Fehler macht und die Spitze, das passiert eben, wenn man Rasterkraft oder Rasterkraft- oder Rastertunnel-Mikroskopie betreibt und irgendeinen Fehler macht in der Steuerung, dann rammt man die Spitze in die Probe und dann ist sie stumpf. Ja, dann braucht man eine neue Spitze. Das hört sich jetzt einfach an, dann stecke ich einfach eine neue Spitze vorne in die Halterung. Ja, das Ganze ist aber typischerweise im Ultrahochvakuum, weil ich mir Oberflächen anschauen will, die ein ganz anderes Bild ergeben, wenn ich das an Luft machen würde. Ein Rastertunnel-Mikroskop geht auch an Luft und da kann ich natürlich eine Spitze sehr einfach austauschen, aber in den meisten Fällen, zum Beispiel die Kobalt-Cluster, die ich gerade gezeigt habe, die vertragen überhaupt keinen Sauerstoff. Das heißt, da will ich mir die Sachen unter sehr reinen Bedingungen Ultrahochvakuum anschauen und da ist es dann schon längst nicht mehr so einfach, eine Spitze zu wechseln. Das ist dann so wie im Weltraum, nur dass eben die Kammer im Vakuum ist und ich selber bin an Luft und im Weltraum ist andersrum, da bin ich im Raumanzug, aber da hätte ich auch Mühe, eine Spitze zu wechseln, weil ich diese dicken Handschuhe anhabe. Und bei einer Vakuum-Apparatur muss ich mit irgendwelchen Manipulatoren ins Vakuum eingreifen, um da eine Spitze neu zu installieren in dieses Mikroskop. Also man sollte sehr vorsichtig sein, aber in der Praxis ist es so, dass man doch öfter mal eine neue Spitze braucht. Man hat da immer diese Spitzen als Reserve. Und dann geniale Mechanismen, wie man unter UAV-Bedingungen, Ultrahochvakuum-Bedingungen die Spitze wechselt. Ja, also hier haben wir so, so sieht es dann aus mit einem Rastertunnel-Mikroskop aufgenommen. Ja, bei der Auswertung der Daten muss man allerdings ein bisschen vorsichtig sein. Das will ich mir mit diesem Bild hier suggerieren. Und zwar, wenn ich jetzt zum Beispiel ein einzelnes Atom habe, was auf einer beliebig flachen Oberfläche liegt, also das wäre so eine HOPG, also eine Grafitoberfläche, ein Kristall ist beliebig flach, und da liegt jetzt aber so ein Atom oder von mir aus ein Nanopartikel und ich will mir das mit der Spitze angucken. Ja, es ist die Spitze, wenn ich Pech habe, aber weniger spitz als das Hindernis auf meiner Oberfläche. Und dann geht das ganze Ding andersrum. Was dann nämlich passiert ist, ich kriege ein Bild meiner Spitze, weil das Objekt auf der Probe ist spitzer als die Spitze und dann sehe ich wunderbar, wie sieht denn meine Spitze aus. Oder, wenn wir das ein bisschen professioneller mal darstellen wollen, das Bild, was ich erhalte mit dieser Rasterkraft oder Rastersonnenmikroskopie ist immer eine Faltung aus der Topologie der Spitze, also der Spitzengeometrie, ganz vorne in der Spitze und der Struktur meiner Probe. Und ich muss da immer sehr aufpassen bei der Bildinterpretation, dass ich nicht Artefakte als der Probe zugehörig bewerte, stattdessen sind es Eigenschaften der Spitze. Also im einfachsten Fall, was eben sehr einfach zu detektieren ist, wir haben eine Doppelspitze, dann sehen wir plötzlich alle Strukturen auf meiner Probe doppelt, so als hätte man, ja, als würde man doppelt sehen. Ja, und das liegt dann daran, dass ich hier zwei Bereiche der Spitze habe, die sehr nah an die Probe herankommen und dann kriege ich alles doppelt, Doppelspitze. Das heißt, ich muss die Spitze wechseln. Also ich habe immer die Geometrie der Spitze reingefaltet in das Bild von meiner Probe und das muss ich berücksichtigen. Das wollte ich damit illustrieren. Ja, nichtsdestotrotz, wenn ich eine gute Spitze habe und eine sehr flache Oberfläche, kann ich einzelne Atome da sichtbar machen. Und das hier ist so, das ist so ein Bild, auch hier weiß ich, die ursprüngliche Quelle nicht mehr ist aus meinem Buch. Ich habe es auch nicht mehr gefunden im Netz im Augenblick, also möglicherweise ist das im Netz nicht mehr zugänglich gewesen. Also wir sehen hier eine typische Raster-Tunnel-Mikroskopie-Aufnahme von einer Kupferoberfläche, also eine perfekte Kupferoberfläche, es ist ein Kristall. Wir sehen hier allerdings nicht die einzelnen Bollern, also die Atome von dem Kupfer, sondern die Spitze hat so eine Entfernung von der Kupferoberfläche, dass zwar ein Tunnelstrom fließt, aber der Tunnelstrom kommt nicht aus den Atomrümpfen, sondern von dem See von Leitungselektronen. Dieses Kupfer ist ja ein elektrischer Leiter, also die ganzen Drähte hier, diese ganzen Drähte zu meinen Scheinwerfern als Kupferdrähte und an der Oberfläche von Kupfer, wenn das eine saubere Kupferoberfläche ist, da ragen diese Leitungselektronen, die hochbeweglich sind, die ragen ein bisschen raus. Und was meine Spitze sieht, wenn da jetzt nicht solche Störungen sind, sondern das wirklich eine Einkristalloberfläche ist, dann würde es eine perfekt glatte Oberfläche sehen von diesen Leitungselektronen. Die delokalisierten SP-Elektronen vom SP-Leitungsbande ist der Vorausdruck. Und wenn da jetzt ein anderes Atom da drauf liegt, in diesem Fall aber auch Kupferatome, aber sie liegen oben drauf auf dieser perfekten Einkristalloberfläche, dann sehen wir also nicht nur die Atome, die sehen wir hier, das sind so einzelne Peaks, die sehen wir einzelne Atome mit dem Rastertunnelmikroskop, sondern wir sehen auch die Modulation dieser fließenden Leitungselektronen. Die fließen nämlich eigentlich und da wo so ein Hindernis ist, also ohne, da fließt jetzt kein Strom durch das Kupfer, also außer mit der Probe, sondern was wir hier sehen, ist eine Modulation eigentlich dieses quantenmechanischen Zustandes dieser Leitungselektronen. Was wir hier sehen, diese Wellen, die so aussehen, als würden sich da Wellen brechen an diesen Hindernissen, die wie Inseln aussehen, in diesem flachen, eigentlich flachen Meer von Leitungselektronen, diese Wellen, die sind Ausdruck des Wellencharakters der Elektronen. Hier können wir den Wellencharakter dieser Elektronen, der Leitungselektronen des Kupfers, das ist allerdings an der Oberfläche, nicht im Inneren des Kupfers, alles Oberfläche, was man mit diesen Rastertunnelmikroskopen anschaut. Hier sehen wir den Wellencharakter, also hier, das sind so ringförmige Wellen, sieht ja aus wie in einer Badewanderwanne, wenn da irgendeine Ente drin rumschwimmt, da hätte man auch solche Wellen um die Ente rum. Hier sehen wir den Wellencharakter der Elektronen im Kupfer direkt sichtbar gemacht mit diesem Rastertunnelmikroskop. Und das sind stehende Wellen, die verändern sich nicht, sonst würde ja während des Rasternsichtes die ganze, es dauert eine ganze Weile so ein Bild aufzunehmen, also gerne mal ein, zwei Minuten, das rastert da so drüber und dann entsteht langsam das Bild. Aber das ist eine stehende Welle. Das hatte ich ja erklärt für die atomaren Zustände, es sind stehende Wellen und auch das sind stehende Wellen. Deswegen kann ich die so gut wie dieser unglaublich langsamen Methode, Bilder aufzunehmen, kann ich die so gut abfotografieren mit dieser Methode des Abtastens mit meiner Spitze. Ich sehe hier die Elektronenwellen, diese Oberflächenzustände des Kupfers von den Leitungselektronen. Ja, ich kann eigentlich auch näher ranfahren und das hat hier, das ist ein ganz berühmtes Bild, das wird auch gerne eingefärbt, aber auch das sind alles schwarz-weiß Bilder, wenn die bunt sind, dann werden sie im Rechner einfach, kann ich da draufklicken, rot oder blau, ja, bedeutungslos. Was Bedeutung hat, ist der Grauton und was ich hier sehe, ist die Spitze, das ist Kobalt, glaube ich, oder? Nickel, es ist Nickel. Hier habe ich also nicht diese sehr stark delokalisierten SP-Elektronen wie mit dem Kupfer, obwohl Nickel auch ein elektrischer Leiter ist, aber es ist ein 3D-Metall und hier sind diese 3D-Atomrümpfe, die sind entscheidend und jetzt ist das, ist die Tunnelspannung, also die Spannungsdifferenz zwischen der Spitze und dem Nickel-Kristall, ist ein Einkristall, wie wir sehen, perfekt geordnet, die ist so eingestellt, dass die Spitze tatsächlich die Form der Atome abrastert, die ist also näher dran, das mache ich, indem ich eine höhere Spannung einstelle oder auf einen höheren Strom die Regelung einstelle und dann kann ich die Atome selber sichtbar machen. Gerade beim Kupfer war die Spitze weiter weg und sah nur diesen delokalisierten See von Leitungselektronen und hier sehe ich sehr schön die einzelnen Nickel-Atome. Also wir sehen hier Nickel-Atome, wir sehen auch, dass es keine Beugungsbegrenzung gibt und je nachdem, wie gut die Spitze ist, habe ich eigentlich ein Auflösungsvermögen von weit unter einem Nanometer, vielleicht sogar unter einem Zehntel, ja sicher sogar unter einem Zehntel Nanometer. Allerdings, eine Sache, das ist hier von IBM Almedain, also das ist das Forschungslabor, Almedain ist glaube ich das Forschungslabor, es gibt mehrere Forschungslabors von IBM, eines ist in Rüschlikon in der Schweiz und Almedain ist glaube ich das in Kalifornien. Eine Besonderheit, man könnte sich nämlich fragen, warum zittern die Atome denn nicht? Also wenn wir Wärme haben und Wärme ist ja zittern, dann müssen sie ja verschwommen sein, die sind aber nicht verschwommen. Das liegt daran, dass diese Aufnahmen hier mit diesem Rastatur- und Mikroskop am absoluten Nullpunkt gemacht wurden. Das ist also ultra kalt, also nicht genau am absoluten Nullpunkt, sondern wenige Grad Kelvin und bei dieser sehr niedrigen Temperatur bekommen wir eben, weil die thermische Bewegung wegfällt oder stark unterdrückt ist, gestochen scharfe Bilder mit dieser Technologie. Also immer mehr jetzt in den Bereich der extremen Mikroskopie, Abbildung von Atomen. Ja und hier sehen wir sogar, das ist ein Raster-Kraft-Mikroskop, da wurde also mit einer sehr guten Spitze nur abgetastet, eine mechanische Kraft, also kein Tunnelstrom, das berührt, ja, van der Waals, also es berührt ein bisschen unter ganz bestimmten Bedingungen. Das ist glaube ich auch IBM, ah ne, hier ist die Publikation hier von dieser Gruppe hier in Science von 2009, meines Erachtens ein fantastisches Bild. Was wir hier sehen, auf einer ultrakalten Kupferoberfläche, ein organisches Molekül. Die Wasserstoffatome sehen wir nicht, wir sehen aber die 6er-Ringe vom Kohlenstoff. Und die sehen wir hier. Also das sind diese 5, 6er-Ringe, das ist Pentazen, das ist so ein Molekül, kann man kaufen, ich weiß gar nicht, ob es eine Flüssigkeit ist oder ein Gas oder was, das wird wahrscheinlich ein Festkörper oder eine Flüssigkeit sein, Pentazen. Und wir sehen hier tatsächlich also diese 1, 2, 3, 4, 5 Ringe nebeneinander liegen auf dieser extrem kalten, sonst würde es ja auch noch vibrieren und hin und her diffundieren, braunische Bewegung, da sieht man gar nichts mehr. Es muss absolut kalt sein, damit es still hält, weil es abgetastet wird. Also ich denke mal, ultrakalt steht hier, dass wir schon über 2 Grad oder so 3 Grad Kelvin reden und wieder Kupfer, wo die Atome unten drunter eigentlich keine Rolle spielen, weil es liegt in diesem See von Leitungselektronen, anschaulich gesprochen. Und dann sehe ich eben tatsächlich das Molekül, so wie man es in der Chemie mal mit diesen netten Strichen und Kullern am Ende darstellt. Das kann ich jetzt mit Rasterkraftmikroskop Pi direkt angucken. Ja, es geht allerdings nur in ganz bestimmten Fällen. Das ist jetzt nicht so ein typisches Bild, dass man so den ganzen Tag irgendwelche Moleküle mit einem Atomic Force Mikroskop abbildet oder mit einem Rastertunnelmikroskop. Also hier muss man schon einen gewaltigen Aufwand treiben, also absoluter Nullpunkt und es muss auf Kupfer liegen und das Kupfer muss ein Kristallin sein und nur ein Molekül muss da rumliegen. Also schon ein enormer Aufwand, aber es geht überhaupt und das ist schon phänomenal. Und noch besser ist diese Serie hier. Ich habe schon eine Stunde 20 Minuten geredet und jetzt komme ich glaube ich zum Ende von meinen Elektronenmikroskopen. Es könnte sein, dass das das letzte Bild ist vom Kapitel Elektronenmikroskopi. Und dann geht es mit dem nächsten Kapitel weiter und das hier ist eigentlich ein Abbild dessen, was ich mir immer gedacht habe, was Nanotechnologie ist. Und das habe ich schon gedacht, als ich 20 war. Und dann habe ich gedacht, als ich 30 war. Und dann habe ich gedacht, das ist so, als ich 40 war. Und irgendwann, und das war, ich glaube Anfang der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts, also vor 30 Jahren, kam dann dieses Bild raus. Das ist Bauen mit Atomen. Ihr baut jemand mit Atomen, denn das Rastertunnelmikroskop, in diesem Fall ist es glaube ich Rastertunnelmikroskop, weil wir sehen hier sehr schön wieder diese Elektronenwellen und das ist eine ultrakalte und flache Kupferoberfläche, schon wieder. Und es sind wahrscheinlich Kobaltatome oder Nickelatome, Eisenatome. Okay, es war jedenfalls was Magnetisches. Nickel, Kobalt, Eisen sind alle drei magnetisch. Ich hatte mir halt magnetisch gemerkt, deswegen Eisen. Okay, Eisenatome. Und die Spitze kann unter bestimmten Bedingungen, wenn ich den, ich kann ja das Potenzial, also die elektrische Spannung zwischen der Spitze und der Probe verändern. Und jetzt kann ich mit der Spitze über einen Atom, also man hat jetzt hier diese Eisenatome aufgedampft und die liegen da erstmal so zufällig rum, wie so Kiegelsteine, die Kieselsteine, die ich da irgendwo hingeschüttet habe. Ja, jetzt kann ich aber mit meiner Spitze über einen so Eisenatom fahren und dann eine bestimmte Spannung, eine andere Spannung als die normale Spannung einstellen, welche weiß ich leider nicht, also müsste man die in der Publikation nachlesen und dann pluppt dieses Eisenatom an die Spitze. Also da muss es natürlich auch ganz dicht drüber sein, aber es macht plupp und die Spitze hat das Eisenatom aufgenommen. Das geht natürlich nur mit ganz bestimmten Bedingungen, ultra kalt und nur mit Eisenatom unter bestimmten Spitze, denn es soll ja nicht dranbleiben, es muss ja wieder wieder weggehen. Das heißt, ich fahre dann die Spitze an eine Position entlang dieses Kreises, den ich bauen will und dann pole ich die Sache um und dann pluppt das Eisenatom wieder runter auf meine Kupferoberfläche und das kann ich mit jedem einzelnen Eisenatom machen und so sukzessive, wie hier gezeigt, einen solchen Quantum Coral, so heißt es, also Coral ist ja so eine Pferdeweide, die so umzäunt ist, aber das ist jetzt für Quanten, kann ich so aufbauen, das ist wirklich Bauen mit Atom, das Ultimative, also bessere Nanostrukturen, bessere Nanotechnologie gibt es nicht, als dass ich mit einzelnen Atomen baue und dann kann ich hier eben meine Kupferleitungselektronen, die so schön in einem kontinuierlichen See eigentlich keine Wellenstrukturen zeigen, aber hier drin sind sie eingesperrt und hier sehe ich eben, weil es eine ringförmige Symmetrie ist, finde ich eben auch ringförmige stehende Wellen, die ich hier sehe. Das sind ein bisschen unterschiedliche Zustände, je nachdem, welche Spitzenspannung ich einstelle, würde ich hier unterschiedliche Wellen sehen, aber bei der Spannung sehe ich eben genau diese stehende Welle der Leitungselektronen in diesem Quantum Coral, in diesem Confined, also eingesperrten Bereich, also hier wieder der Wellencharakter der Elektronen direkt sichtbar gemacht, aber das Wichtige ist eigentlich, dass hier mit einzelnen Atomen gebaut wurde, etwas was die Natur mit ihren Proteinen schon die ganze Zeit macht und auch dreidimensional, was wir aber nur unter ultrakalten Bedingungen und auch nur zweidimensional bisher hinbekommen, aber das ist eben das High End von Nanotechnologie. Wir müssen das jetzt noch dreidimensional hinkriegen und dann vielleicht noch mit Nanotubes und dann können wir dreidimensionale künstliche Intelligenzen formen, die möglicherweise den Menschen zumindest an Rechenleistung, aber das ist ja jetzt schon so, also an Intelligenz übertreffen, ist ein bisschen die Frage, was dann eigentlich Intelligenz ist, aber wie gesagt, vom dreidimensionalen Bauen mit Atomen oder mit Nanostrukturen sind wir noch weit entfernt. Ja, okay, das waren also die Mikroskope, die habe ich jetzt durchgenommen und die Stunde ist rum, eine Stunde 24, jetzt muss ja nicht jedes Mal überziehen, jetzt gehen wir als nächstes Fotolithografie, das sieht irgendwie komisch aus hier, Lithographie, ich weiß nicht, ob es richtig geschrieben ist, das ist die Technologie, mit der all diese Computer und auch dieser riesige Bildschirm hier hinter mir, das ist so, also es fragen mich Leute, wie es kommt, dass ich sehe, was hinter mir so projiziert wird, weil die meisten Leute machen das wohl, es ist auch erheblich preiswerter, mit so einem Bluescreen oder Greenscreen, das ist eine Leinwand in einer Farbe und dann wird meine Person vor die Leinwand, ich stehe also vor dieser einfarbigen Leinwand und dann wird hinterher im Movie wird das reinkopiert, anstelle dieser einen Farbe wird also irgendein Bild wie zum Beispiel eben dieser Text hier rein projiziert, das wäre aber sehr aufwendig, weil da müsste ich die ganzen Filme ja alles schneiden, also das dauert ja Ewigkeiten, um das alles rein zu kopieren und ich würde selber nicht sehen, was hinter mir dann erscheint, das wäre nachträglich reinkopiert und ich sehe es jetzt aber, ich sehe hier zum Beispiel sehe ich genau diesen roten Pfeil, weil dieses Ding hier ist ein großer Fernseher und ich habe eine Kamera, die diesen Fernseher flimmerfrei abfilmen kann und deswegen mache ich die Aufzeichnung, die ist genauso lang wie das Video, ich mache anderthalb Stunden eine Aufzeichnung, da muss ich noch ein bisschen rumfuhrwerken, dass das ein MP3 Video gibt, aber der Arbeitsaufwand hält sich ein bisschen in Grenzen, allerdings, ja, also die Vorbereitung der Vorlesung, die ist gewaltig, aber das hätte ich ja bei einer Live- Vorlesung in der Uni auch. Okay, also jetzt geht es weiter mit Fotolitografie, dann beim nächsten Mal und das ist die Technik, die uns das Internet beschert und die schönen Handys und die ganzen sozialen Medien, das ist die Basis dieser kollektiven Intelligenz, der elektronischen Intelligenz, die unsere Kommunikation zwischen den Menschen so revolutioniert hat und noch weiter revolutionieren wird, dafür dazu also mehr nächstes Mal. Danke für dieses Mal und bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal.